Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Auch heute in Folge Nummer 188. Nach einer kleinen Pause bin zumindest ich hier mal wieder am Mikrofon. Der Max, Herr Löchen, liebe Ohren da draußen und habe mir heute wieder fachkundige Unterstützung geholt aus der Hauptstadt. Hallo Jenny. Hallo Max. Jenny, beziehungsweise Jenny Jecke, ist beim Moviepilot ganz viel aktiv und kümmert sich, dass die Seite da auch ordentlich mit Artikeln bestückt wird. Sie ist die eine Stimme des Wollmilchcasts und ich glaube beim Streamgestöber dem Serien, nee ist das ein reiner Serienpodcast beim Moviepilot. Jenny, erzähl doch mal. Ja hallo, ich bin Jenny, das hast du schon sehr korrekt gesagt. Ja, ich bin bei Streamgestöber, das ist ein Podcast von Moviepilot, wo wir über Streamingveröffentlichungen sprechen. Wir haben ja eine Schwesterseite mit Filmstarts, die im selben Büro in Berlin sitzen und sie haben quasi das Kino für sich gepachtet mit Leinwandliebe und wir machen das Streaming, das heißt manchmal über Filme, manchmal über Serien, manchmal über beides. Und da bin ich ab und zu auch dabei. Ah ja, und da das natürlich alles hochprofessionelle Filmpodcasts sind, sind die auch völlig uninteressant hier in dieser Indie-Podcast-Szene. Nee, aber gut, ja auch mal was dazu zu wissen. Aber genau, ich glaube Streamgestöber habe ich mal eine Folge gehört, das war die zu den Simpsons. Ja, das müsste es gewesen sein. Ansonsten bin ich mittlerweile recht regelmäßiger Wollmilchcast-Hörer. Von der Existenz wusste ich länger, als dass ich dann mal reingehört habe. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dann, dass ihr euch mit dem besten Film aller Zeiten auseinandergesetzt habt. Damit assoziiere ich dich auch. Genau, dass ihr Manhunter und ihr habt Manhunter auch ungefähr so besprochen, wie das erlaubt ist. Deswegen habe ich gesagt, kann ich auch weiterhören. Genau. Jenny, ich habe mal aus Versehen ein paar Semester Germanistik studiert und bin Anhänger blöder Wortspiele und solcher Sachen. Deswegen muss ich mal fragen, ich frage mich schon länger, ob dich das schon mal jemand gefragt hat. Du hast ja einen Vornamen und einen Nachnamen, beides gleich lang und fängt auch noch mit den gleichen Buchstaben an, aber wird ja unterschiedlich ausgesprochen. Was ist da los? Das kommt darauf an, ob du mein Vater oder meine Mutter bist, ob der unterschiedlich ausgesprochen wird. Okay, gut. Ich sehe, diese Thematik wurde schon mal intensiv erläutert oder besprochen. Ja, also Steven Spielberg, darauf komme ich, weil ich ihn heute gesehen habe, hat ja einen Film über seine Eltern gemacht namens Defablemans und ich überlege auch schon seit Längerem, ob ich diese unterschiedliche Aussprache meines Namens als Grundthema für ein Biopic nehme über meine Eltern und meine Kindheit, wo es dann immer nur darum geht. Jenny, 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 Jenny. Und was das alles tiefer bedeutet, aber vielleicht sollte ich auch lieber in Therapie gehen. Ja, auf jeden Fall habt ihr es hier zuerst gehört, wenn dieser Film mal rauskommt. Ja, Jenny, ich habe vor vielen Monaten dir mal geschrieben, ob du nicht Lust hast, hier mal zu Gast zu sein, weil unter anderem dadurch, dass ich dann auch beim Wollmilchcast ganz vorne noch mit angefangen habe und jetzt irgendwo so eine Lücke habe, glaube ich, zwischen Episode 11 und 48 oder irgendwas. Und du hast das schon ganz vorne gehört? Das ist so zum Thema in Therapie gehen. Wenn ich einen Podcast anfange, dann fange ich meistens bei der aktuellen Folge an, um dann parallel dazu, sofern vorhanden das Archiv auch mit aufzuhören, wie ich das Verb dafür mir zurechtgelegt habe. Da hätte ich Angst vor der Tonqualität. Also ich habe selber Angst, mir die ersten Folgen anzuhören. Ich habe es mir schon lange mal vorgenommen, dass ich da vielleicht nochmal irgendwie drüber gehe, auch wenn das schwierig wird, zumindest die Dateigrösen zu verkleinern. Aber ja, das war damals alles nicht so ideal. Ist ja auch schon eine Weile her. Ja. Ach, ich finde das, also ich kann verstehen, wenn man sagt, naja, das ist aber nicht die optimale Tonqualität oder so. Andererseits denke ich mir dann immer, naja, so hat man halt mal angefangen. Ich weiß, bei uns, wir haben die ersten Folgen, glaube ich, noch ohne Headsets gemacht und einfach nur das Aufnahmegerät da liegen gehabt. Und da musste Christian mich immer noch erwähnen, nicht auf dem Stuhl bewegen, nicht antippen, bloß nicht atmen und so eine Sachen. Und okay, also beim eigenen Podcast hängen dann so quasi noch ein paar Erinnerungen mit daran. Ah ja, wie war eigentlich die Aufnahmesituation? So war das? An welcher Stelle meines Lebens war ich gerade? Blablabla. Und von außen mag das dann vielleicht nicht ganz so rüberkommen, aber für mich gehört das immer so mit so einer Entwicklung. Ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter, was so Tonqualität angeht. Da bin ich neidisch. Ja, na, ähm, jetzt bin ich voll von abgekommen, hab dich angeschrieben und der Grund, warum ich dich angeschrieben hab und so, ist ja, dass ich, ähm, oder dass du dir quasi, ob du es wusstest oder nicht, ja quasi einen Namen gemacht hast als, äh, hey, ich guck gern Helmut-Käutner-Filme, kenn mich mit Helmut-Käutner aus und find Helmut-Käutner eigentlich ganz toll. War dir das bewusst? Ja, ich wurde auch, ja, schon mal von einem anderen ganz hervorragenden deutschen Filmpodcast angefragt, wo das, glaube ich, auch zum Motiv gehörte, nämlich, äh, Spätfilm. Und, ich, ich freue mich ja darüber, äh, weil das ist sowas, was ganz am Anfang auch meiner Podcast-Tätigkeit stand, zumindest assoziiere ich es damit, dass ich, dass wir damals im Wollmilchgast ja immer auch da hinten dran nach den Hauptfilmbesprechungen auch über, andere Filme gesprochen haben, die wir gesehen haben und da hab ich irgendwann eben meine Käutner-Retro gemacht und auch hier und da beim Moviepilot ist irgendwie reingeschummelt, dass ich über einen Käutner-Film geschrieben habe, in TV-Tipps oder im Herz für Klassiker oder so und vielleicht ist das dadurch aufgekommen. Und das ist natürlich sehr schön, äh, weil irgendjemand muss ja in der deutschen Podcast-Landschaft über Helmut Keutner reden. Einen Satz, den wir uns alle in unsere Podcast-Herzen, äh, mitnehmen sollten, denn ich hab zwar auch noch nicht längst nicht alles gesehen, aber immerhin ein paar Filme, ähm, hab ich gerade nochmal nachgezählt. Und, ähm, genau, beim Spätfilm, da hattet, ihr hattet auch unter den Brücken besprochen, ne, glaube ich, oder? Ja, genau, da war Daniel nämlich noch, ob es den auf Blu-ray gibt und, äh, ich als alter Sammler, dann, ja, Daniel, natürlich gibt es den auf Blu-ray, da, 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 da. Ja, genau, äh, unter den Brücken haben wir auch schon mal besprochen, das war Folge 181 und dafür, dass wir jetzt erst bei Folge 188 sind, ist noch gar nicht so lange her, zumindest von der Folgenanzahl. Aber, nachdem ihr jetzt alle schon längst den Folgentitel auch einmal angeguckt habt, weil wir schon wieder über alles mögliche reden und nicht über den Film. Genau, heute soll es gehen um einen Helmut-Käutner-Film, der heißt Die Zürcher Verlobung aus dem Jahre 1957, Regie Helmut Keutner, was? Völlig überraschend. Ähm, ja, Jenny, du kannst dich noch erinnern, wann du den Film das erste Mal gesehen hast? Also, ans Jahr nicht, aber das gehörte damals zu meinem Helmut-Käutner-Kompletismus, einer Phase vor, die vor ungefähr zehn Jahren angefangen hat, würde ich sagen. Also, ich bin zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden, als er, als das hundertste Jubiläum seiner Geburt begangen wurde, das war, glaube ich, 2008. Oh, die, hoffentlich sage ich jetzt keine falschen Zahlen seiner Geburt. Ja, 2008 war das, da habe ich Texte dazu gelesen, vorher kannte ich seinen Namen gar nicht und dann bin ich später so in den Jahren darauf, als ich dann auch Arbeit bekommen habe mit meinem Studium und mir auch DVDs leisten konnte, wieder da tiefer eingestiegen und habe mir die O.W. Fischer Kollektion gekauft, weil da irgendwie ein Helmut Keutner drinne war. Und ich habe mir blind die Zürcher Verlobung gekauft und was weiß ich damals, das habe ich mittlerweile auch etwas reduziert, weil man muss ja noch in andere Dinge im Leben investieren. Aber deswegen hatte ich den mir damals quasi gekauft, alle möglichen Sachen, die damals noch auf DVD existierten von ihm, das ist ja heute schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Also, ich weiß noch, wie ich damals das Internet durchsucht habe, um zum Beispiel den Film Noir Epilog zu finden und heute kann man den einfach bestellen im Internet auf Scheibe. Und dann kommt er. Naja, das waren andere Zeiten. Und ja, im Zuge dessen habe ich mir auch die Zürcher Verlobung damals angeschaut. Ich habe mir auch das Remake angeschaut, in dem Christoph Waltz den Büffel spielt, also den männlichen Hauptdarsteller der Rom-Com. Das ist so eine TV-Verfilmung aus den 90ern gewesen. Und muss sagen, dass der damals nicht wahnsinnig Eindruck bei mir hinterlassen hat, weil ich glaube, es gibt einfach größere, auffälligere, wuchtigere Helmut Keutner Filme, die auch, glaube ich, in der allgemeinen Wahrnehmung mehr Aufmerksamkeit bekommen als die Zürcher Verlobung. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass du viele, viele Jahre später diesen Film an mich herangetragen hast, dass ich ihn noch mal in Augenschein nehmen konnte und auch meine löchrigen Erinnerungen füllen konnte und vielleicht noch mal den Film neu betrachten konnte. Hast du ihn denn jetzt zum ersten Mal geschaut oder schon früher? Nee, genau. Bei mir war das tatsächlich auch so ein bisschen mit der Anstoß, die seit, ich sage mal, nur viele Monate, ich sage noch nicht Jahre, im Regal stehende Scheibe endlich mal in den Player zu legen und den Film auch mal zu gucken. Genau, also ich habe ihn vorgestern zum allerersten Mal überhaupt gesehen und bin dann auch noch darüber gestolpert, dass es ja eine Verfilmung mit Christoph Waltz geht. Ja, genau, nee, zum ersten Mal gesehen und war natürlich auch so ganz kurz diese Überlegung, oh Gott, was, wenn du den Film so doof findest oder so belanglos und dann sagst, ich weiß gar nicht, wobei ich reden soll, du hast mit Jenny schon den Termin ausgemacht, naja, wird schon irgendwie und dann habe ich mir natürlich eingeht, naja, es ist halt Keutner, irgendwas wird schon dran sein. Aber warum hast du ihn denn ausgewählt, wenn du ihn noch nicht mehr geschaut hast? Um ausgerechnet diesen Film im Jahr 1957 von Helmut Keutner? Ausgewählt habe ich ihn einfach eben sozusagen, ach, Helmut Keutner, könnte auch mal wieder dran sein und das war ja damals, als wir vor, ich glaube mittlerweile acht Jahren oder so fast, angefangen haben bei Wiederauführung, war das ja so, dass wir quasi Christian und ich damals, jeder in Anführungszeichen dem anderen einen Film mitgebracht hat, manchmal im Sinne von, du, ich kenne hier einen total guten Film oder ich kenne hier einen Film und den müssen wir jetzt mal zusammen gucken und du kennst ihn ja vielleicht noch nicht und manchmal war es auch einfach ein, ich kenne ihn noch nicht, ist ein alter Film, komm, wir gucken mal rein. Es war immer so ein bisschen gemischt, manchmal hatten wir natürlich auch Filme, die wir schon gesehen haben, aber das war auch, manch gehörte manchmal so ein bisschen zum Konzept dazu, dieses, komm, wir legen mal rein und in der Hoffnung, dass es was ergibt. Genau, und so war jetzt auch ein bisschen Zürcher Verlobung. Stand halt schon länger im Regal und so einen Podcast dann zu machen, ist immer ein ganz guter Anlass, den dann tatsächlich auch mal zu gucken. Ja, genau, das hast du vorhin ja noch gesagt, dass ihr damals beim Wollmilchcast so hinten dran dann noch über andere Filme gesprochen habt und so haben wir quasi ja auch angefangen. In unserer allerersten Folge haben wir ja über Montpetit gesprochen, nachdem wir gefühlt drei Jahre schon die Frau im Mond erst mal besprochen haben und das war dann so ein, wo ich dann auch direkt nach der Aufnahme schon gedacht habe, oh, ich glaube, das ist dem Film jetzt gar nicht gerecht geworden, weil wir dann irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde oder so noch über den gesprochen haben. Aber das war meine erste Begegnung mit Keutner auf jeden Fall, weiß ich noch, Monti. Und der hatte mich damals ganz schön aus den Latschen kippen lassen. Und wahrscheinlich, selbst wenn die anderen Filmen jetzt immer nochmal so gut sind oder ähnlich gut, dann können die wahrscheinlich gar nicht mehr die Chance haben, genauso gut zu sein, weil das so dieses beim ersten Mal die erste Begegnung ist und naja, dann ist ja irgendwie so dieses, das kennt man ja doch schon ein bisschen so oder aha, das ist so sein Steckenpferd oder sonst was hier und das macht er auch immer wieder und solche Sachen. Aber Monti hat halt so nachhaltig Eindruck hinterlassen bei mir, dass ich immer wieder gerne mal gucke, Helmut, was geht? Genau, er war der Regisseur und hat auch am Drehbuch ein bisschen mitgeschrieben. Der Film basiert auf einem Roman von Barbara Noack und ich glaube, hier stand eigentlich auch im Booklet noch der Titel von dem Roman, der nicht eins zu eins der gleiche ist, aber das ist eigentlich auch halb egal. Ich überbrücke das jetzt noch schnell zweieinhalb Sekunden, ob ich das hier noch sehe, was hier steht. Erfolgsbuch, die Zürcher Verlobung, hieß genauso. Schön, dass ich das vorher recherchiert habe. Jenny, hast du schon mal von Barbara Noack gehört, abseits dieses Films? Vorher nicht, also auch nicht. Ich habe mich auch damals nicht groß mit ihr beschäftigt oder so, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe jetzt nur nochmal natürlich die Wikipedia durchgeklickt, bei allen verlinkten Persönlichkeiten und so zu schauen, was haben die denn eigentlich vorher gemacht? Leben die noch? Wie ist denn das? Und da habe ich nur gelesen, zufällig, dass sie im Dezember letzten Jahres verstorben ist. Also sie ist bald noch unter uns fast 100 Jahre alt geworden und war eine erfolgreiche Autorin, würde ich sagen. Das ist alles, was ich immer in Verbindung mit ihr gelesen habe. Und sie hat 1999 ein Buch geschrieben namens Jennys Geschichte. Und das muss ich jetzt offensichtlich lesen, nachdem ich das hier bei Wikipedia sehe. Ich glaube, da geht es um die Aussprache von Vornamen. Ja, bestimmt. Flöhe hüten ist leichter, ein gewisser Herr Y, Italienreise, Liebe inbegriffen. Das sind so Bücher, die sie geschrieben hat oder Romane. Habe ich jetzt hier zum Glück noch gefunden. Es ist gleich die erste Zeile des Booklets. 1924 ist sie geboren, genau hast du ja gesagt, knapp 100 Jahre alt geboren. Ja, Barbara Noah, mir auf jeden Fall nicht weiter bekannt. Und ich glaube, da werde ich mich auch noch nicht weiter einlesen. Basierend auf ihrem Roman und soweit ich den Titel im Vorsprung richtig verstanden habe, auch dann unter ihrer Mitwirkung haben die Herren Keutner und Heinz Pauk dann die Stifte ergriffen und das Drehbuch zu Papier gebracht. Vielleicht haben sie auch eine Schreibmaschine verwendet, weiß ich gar nicht genau. Heinz Pauk sagt mir das Booklet, geboren 1904, gestorben 1986 und 1984 noch das Filmband in Gold erhalten. Das Wirtshaus im Spessart unter anderem, das Spukschloss im Spessart, die liegen hier auch noch rum ungesehen. Auch wieder mit Lilo Pulver. Sagt dir Heinz Pauk irgendwie was? Hast du mit ihm eine intime Beziehung bis Zürich? Nein. Ich weiß nur, dass er vorher für Keutner auch am Drehbuch für das Mädchen in Flandern mitgearbeitet hat. Das ist einer der Keutners, die ich mir aufhebe. Das mache ich bei Lieblingsregisseuren so, dass ich manche Filme einfach nicht schaue. Weil irgendwann hat man ja alle gesehen, gerade bei welchen, die schon verstorben sind. Und was macht man dann? Wichtige Frage. Deswegen gibt es so bestimmte Filme von ihm, die ich grundsätzlich erstmal nicht schaue. Und da schaue ich dann ein, vielleicht im Jahrzehnt oder so, damit ich mir was aufhebe bis ans Ende meiner Tage. Und er hat aber, wie du ja auch gesagt hast, mit dem Kurt Hoffmann hier die Spessart-Filme, möchte ich mal sagen, gemacht. Und das ist vielleicht ein ganz interessantes Parallele. Weil, was man öfter liest über die Zürcher Verlobung, ist, dass es quasi Keutners Film ist, der so am ehesten in Richtung dieser Erfolgskomödien von Kurt Hoffmann aus den 50er Jahren geht. Also Kurt Hoffmann hat, glaube ich, auch hier, wie heißt der, der Piroschka-Film mit Lilo Pulver, den hat er gemacht. Entweder ich denke oft an Piroschka. Genau, irgendwie so. Das Wörtshaus in Spessart, was ja auch ein Riesenhit war. Und er ist so einer der erfolgreichsten Komödienregisseure des Nachkriegsdeutschlands gewesen. Und das hat mich auch jetzt dazu gebracht, dass ich überlege, eine Kurt Hoffmann-Retro zu machen, weil ich die alle nicht gesehen habe. Und das ist doch spannend, wenn so ein Mensch so viele erfolgreichste Filme macht. Da scheint er ja doch irgendeinen Nerv zu treffen in der BRD der 50er Jahre. Ja, und ich mache hier nebenbei, ja genau, wir haben nämlich auch in der Anfangsphase des Podcasts haben wir mal Schloss Kripsholm besprochen von 1963. Das ist auch von ihm. Und da geht es ja auch um eine Dreiecksbeziehung mit Hans Lothar, dem alten Männchen. Und so, das zu Heinz Bauch, genau. Und ich bin da auch tatsächlich nicht so ganz vorne dran. Aber genau, die Spessart-Trilogie, die habe ich hier zumindest im Regal stehen. Und da gibt es auch von Antenne Traumstatt einen Podcast, aber den habe ich noch nicht gehört. Das ist dann vielleicht auch mal ein guter Anlass, die drei Filme zu gucken und sich dann den Podcast da anzuhören von den Herren. Ja, das ist die Leute, die ich mir hinter der Kamera aufgeschrieben habe. Hast du jemanden aus der Crew, den du unbedingt gerade jetzt noch erwähnen möchtest? Nö. Gut. Dann kommen wir zu den Leuten vor der Kamera. Da habe ich mir die vier Top-Namen notiert. Da wäre zum einen Wolfgang Luxchi. Der spielt den Jürgen Kolbe, einen aufstrebenden Geschäftsmann, der ab und zu auch in Hamburg ist. Und da müssen wir wahrscheinlich nachher nochmal drüber reden, das vielleicht geilste Auto in einem Film aus dem er 1957 hat. Mir sagte der, also ich bilde ihn mal ein, der Name sagt mir was, aber so wirklich direkt eingefallen ist mir trotzdem nichts zu ihm. Wie ist Wolfgang Luxchi bei dir so abgespeichert irgendwie? Also ich kann nur sagen, dass sein Gesicht mir wahnsinnig bekannt vorkam, dem Film. Also ich glaube, ich habe ihn sicher hier und da mal irgendwie gesehen. Und dann habe ich mir aber seinen Wikipedia-Eintrag aufgemacht und war schockiert von seinem Bild. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es war ja wirklich so ein dashing Gentleman irgendwie wahrscheinlich 10, 15 Jahre vorher. Weil ich habe mich schon beim Schauen des Films öfters gefragt, wer hat ihn denn jetzt ausgewählt als ehemaliges Love Interest für Leo Pulver? Also ich habe mir viele Fragen bei den Männern gestellt. Aber bei ihm glaube ich am meisten, weil er spielt ja ihren Ex-Freund. Und das war zutiefst verwirrend, weil die beiden kamen mir eher vor wie komischer Onkel und Nichte oder Vater und Tochter oder unangenehmer Chef und Mitarbeiterin. Ich weiß nicht, aber dann habe ich mir sein Bild angeschaut und dachte, ja, vielleicht steckt das noch irgendwie in ihm drin oder in dem Bild, was die Menschen damals von ihm hatten. Weil, ja, das war einfach ein Casting, was ich nicht richtig einordnen konnte. Und dann habe ich den Film gesehen und da ging es dann, weil ich empfand ihn doch als sehr unterhaltsam. In dem Film hat er eine sehr putzige Rolle. Also um das kurz aufzulösen und meine plötzliche Reaktion war eben, dass ich den Wikipedia-Auftrag eingerufen habe, den Eintrag aufgerufen habe. Und Wolfgang Lutschi hier noch mit wallendem Haar und entschlossenem Blick gen den Himmel. Hätte ich das als Bild von ihm im Kopf gehabt, wäre ich dann auch überrascht, wenn er da auftritt. Und mein zweiter Überraschungsmoment war, dass da steht das Mädchen Christine von 1948. Ich behaupte, ein DEFA-Film, den ich neulich, neulich, wahrscheinlich auch schon wieder ein Jahr oder zwei Jahre her, mir angeguckt habe, der lief im MDR. Genau, das war eine interessante Erfahrung. Weißt du, wo er mitgespielt hat? Ja, ich sehe, also ich, ich habe jetzt die Liste vor mir, also natürlich, weil ich vorher mitgespielt habe. Ja, aber für eine Handvoll Dollar, hast du das schon gesehen? Stimmt, das habe ich auch irgendwo, wo habe ich denn das wieder aus Versehen gelesen? Wahrscheinlich beim IMDb-Eintrag. Ja, genau, ich sehe gerade, seine Filmografie beginnt so in der dunklen Nazi-Zeit. Friedrich Schiller, Triumph eines Genies, den hatte ich auch geguckt. Da könnte ich mich jetzt aus dem Stand nicht erinnern, wen er gespielt hat. Wird jetzt eben ein von den, ne, nicht waren es die Söhne, ach, keine Ahnung. Ähm, ja, vielleicht noch Emil und die Detektive, 54 mal gesehen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das Mädchen Christine kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, ja, den habe ich gesehen mit ihm. Ähm, die Toten Augen von London dürfte auch mal gesehen geworden sein von mir. Und der Rest ist so, könnte man eventuell mal drüber stolpern, vielleicht aber auch nicht. Ja, ne, genau, von seiner Rolle auch, äh, er hat dem, er hat dem, er konnte ihm gut was mitgeben. Und hier steht noch, er war über 500 Mal Professor Higgins auf der Bühne für My Fair Lady. Und häufig Synchronsprecher. Ja, von John Wayne. John Wayne, Gregory Peck, James Mason. Naja gut, ich höre nicht mehr so oft Synchros, aber ich finde es trotzdem natürlich auch immer wieder im Film. Der dritte Mann, Lea Joseph Cotton, die Stimme. Na gut, da finde ich, das kann man sich ja gar nicht auf Deutsch anhören. Ähm, das führt ja völlig in die Verwirrung, der dritte Mann auf Deutsch zu gucken. Dann wird das auch nochmal geklärt. So, dann, äh, zweite, äh, große Hauptrolle männlicherseits, habe ich hier Paul Hubschmidt. Er spielt den Jean Berner oder Dr. Jean Berner. Sie ist sehr dicht dran an Dr. Joe Gerner, fällt mir in der Sekunde auf. Ohne, dass ich den beiden eine Ähnlichkeit unterstellen möchte. Paul Hubschmidt, also ist für mich auch so ein Name, den habe ich schon mal gehört, aber auch eher keine konkrete Verbindung. Ich mache jetzt nebenbei einfach noch schnell die IMDb-Seite auf. Da sieht er so ein bisschen aus wie ein entfernter Verwandter von Oscar Isaac. Wenn man das jetzt einmal so ganz schnell nur hinguckt und nicht zu lange drauf verweilt. Ähm, und seine bekannten Filme sind hier angegeben. Die Schwarzen Teufel von Bagdad, Panik in New York und der Tiger von Eschnapur. Und ich glaube, der Eschnapur, ist das noch von Fritz Lang selber, die nochmal für Filmung 59? Ja, ja, er spielt die männliche Hauptrolle in beiden Filmen. Aha. Also das indische Grabmal und der Tiger von Eschnapur ist, glaube ich, auch der Schauspieler, von dem ich am meisten Filme gesehen habe. Deswegen, dass ich jetzt vorher hätte sagen können, das ist Paul Hubschmidt. Nee, genau, also diese neueren, diese Farb- und Tonfilme von Fritz Lang, da habe ich, glaube ich, noch gar nicht so viele gesehen. Aber Tiger von Eschnapur, ich glaube, den hat meine Frau schon irgendwie mal in so einem Doppel gekauft, aber habe ich auch noch nie aus dem Regal gezogen. Oh, oh. Ja, also namentlich klingt das irgendwie vertraut, aber wirklich viel gesehen habe ich mit ihm offensichtlich auch noch nicht. Und du sagst, du hast schon mindestens 87 Prozent seiner Filmografie, hast du schon dir reingepfiffen? Bei Letterboxd? Nein, so viel habe ich nicht. Wahrscheinlich ein Prozent oder zwei, aber ja, hier genau die beiden Fritz Lang Filme, die mochte ich sehr. Die habe ich auch erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesehen und dann hat er ja noch hier mitgespielt in, da war doch so ein neuer Film dabei, Playgirl von Bill Tramper hat er mitgespielt. Aber weiß nicht, ob, ja, sieht nach einer größeren Rolle aus, aber da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Also es sind schon ein paar größere Titel einfach dabei. Weiß nicht, Key Royale habe ich nie geschaut, aber da hat er offensichtlich auch mitgespielt. Das sieht man da bei der Wikipedia, meiner vertrauten Quelle. Naja, wir halten also fest, er war mal ein Star und heute wird ja ein Podcast so hier runtergekattet. So, und dann bleibt noch die, also ich glaube, in der Listung der Credits ist er tatsächlich auch erst die zweite männliche Hauptrolle, aber das war auch nur eine Verwirrungstaktik vor den Zuschauern, vor den Leinwänden und Bildschirmen, damit die denken, naja, der spielt halt auch mit. Aber eigentlich ist er vielleicht ja der Star. Bernhard Wicke spielt Paul Frank, beziehungsweise Büffel, wie wir ihn wahrscheinlich im Laufe des Podcasts nennen werden. Und Bernhard Wicke, mir natürlich hauptsächlich erstmal ein Begriff in Verbindung mit Die Brücke als Regisseur. Und als Schauspieler weiß ich auch nicht so wirklich, ob ich da mal groß was gesehen habe. Also, da gucke ich mal noch auch hier so kurz drüber, Rosamunde Pilcher 1994, naja, das ist ja wahrscheinlich eher nicht, wenn man hier noch mehr aufmacht. Aus dem Stand fällt mir auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht so wirklich was ein, was ich da mal gesehen haben könnte von ihm. Die Katze ist nicht die andere Katze, die wir schon mal gesprochen haben. Es geschah am 20. Juli, die habe ich auch nicht gesehen. Nee, da kann ich jetzt hier nur so kurz überfliegen und sagen, nee, das habe ich, glaube ich, alles nicht gesehen. Da warten noch viele, viele Podcasts. Ja, deine, deine, dein Verhältnis zu Bernhard Wicke? Wahrscheinlich einer der großen Namen, von dem ich wenig gesehen habe. Also, er hat mitgespielt in Die letzte Brücke von Helmut Keutner, da hat er den Partisanen gespielt. Das war eine Hauptrolle, der ist auch gut, den kann ich empfehlen. Und ich glaube, ich habe auch den 20. Juli GW Papst Film irgendwann mal im Fernsehen gesehen, aber da kann ich mich, glaube ich, nicht mehr groß dran erinnern. Viele Menschen in Uniformen, in Räumen war das, glaube ich. Und sonst hört es da, glaube ich, auf. Aber er ist ja auch als Regisseur sehr bekannt, aber ich glaube, selbst da. Ich habe nicht mal die Brücke gesehen. Ja, das war es dann für heute. Tschüss Jenny. Aber ich habe gesehen, der längste Tag natürlich als Kriegsfilm-Kompletistin, oh Gott, das kann man ja gar nicht laut sagen. Da hat er ja mitgedreht bei diesem Mega-D-Day-Film und muss ich wohl auch noch die Brücke schauen. Das ist ja immer so einer dieser Filme, der immer genannt wird bei den seriösen, guten Filmen aus den 50er Jahren aus Deutschland. Ja, also ich glaube, die längste Brücke, den längsten Tag habe ich, glaube ich, nicht gesehen, aber irgendeinen von diesen anderen, die Brücke von Rehmagen oder so. Aber da habe ich auch immer mal zugeschaut. Ich habe gerade festgestellt, genau, die Brücke habe ich, glaube ich, auch erst vor, also ich glaube, da war schon mindestens 2020 gefühlt. Vorher habe ich ihn auch nicht gesehen gehabt, aber ich bin gestolpert gerade über Morituri mit Marlon Brando, Jewel Brenner und Trevor Howard und, und, und. Und da bin ich mir ein, den habe ich mal gesehen und wäre jetzt überhaupt nicht darauf gekommen, dass er den, dass er da Regie geführt hat. Und mir fällt der auch nur auf, weil der damals erschienen ist hier bei der DVD-Reihe große Filmklassiker bei 20th Century Fox. Heute nicht mehr vorstellbar, weil das ja alles zum Maushaus gehört und die sich, sicherlich kein Abbrechen, da nochmal so eine Reihe analog auf digitalen Datenträgern zu veröffentlichen. Aber die müsste ich irgendwo noch, glaube ich, die habe ich unter dem Bett eingelagert, die großen Filmklassiker. Ja, hier erfahren wir die wichtigen Details. Genau, Bernhard Wicke und dann bleibt natürlich noch die Dame des Films, die Hauptfigur, Lieselotte Lilo Pulver. Die spielt die Juliane Thomas, manchmal auch Julienne oder Julie genannt. Und, ähm, ja, auch das wieder so ein, ich glaube, kennen, nee, ich glaube, ich kenne, also ich kenne die natürlich auf jeden Fall irgendwie. Beim Gucken musste ich, warum auch immer, denken, hä, ist sie mit Franka Potente verwandt? Da habe ich mich halt irgendwie ihr Gesicht so an sie erinnert, ohne dass ich mir Franka Potentes Gesicht nochmal als Foto hingehalten habe, weil das wahrscheinlich dann wieder festgestellt hätte, achso, nee, sieht gar nicht so aus. Ähm, aber Lieselotte Pulver, wir hatten mal in Folge 4 der Wiederaufführung über 123 gesprochen, da hat sie ja auch schon mitgespielt und nicht nur da, sie hat natürlich noch ganz viele andere Filme gemacht. Ähm, die Wirtshaus, äh, die Spessart Trilogie habe ich ja gerade schon erwähnt. Aber ich glaube, auch bei ihr habe ich mehr, deutlich, deutlich mehr nicht gesehen, als dass ich es gesehen habe. Ähm, wie ist das bei dir so mit der guten Lilo Pulver? Also, sie hat ja anscheinend in das Supervibe mitgespielt, den habe ich, glaube ich, gesehen, ähm, aus den 90er Jahren der große Klassiker. Und sonst ist es, glaube ich, auch eher dürftig, was ich mit ihr gesehen habe. Also, sie hat ja dann später nochmal mit Keutner gedreht, und zwar das Glas Wasser. Ein ganz, äh, seltsamer theaterhafter Metafiebertraum am Englischen Hof. Und da hat sie die Königin gespielt, ähm, und das ist, glaube ich, dann auch größer als der andere Film, den ich mit ihr gesehen habe. So, diese Spessart-Filme habe ich ja alle nicht gesehen. Und ich weiß gar nicht, was mich überhaupt hier qualifiziert für diesen Podcast, wenn ich nicht mehr das Phänomen Lilo Pulver seit Jahren verfolge. Naja, aber du hast ja gesagt, du möchtest sie auch Kurt Hoffmann widmen. Also, ich glaube, Dr. Medhiob Pretorius von 1965 spielt sie auch mit. An der Seite von, oh ja, Heinz Ruhlmann, nein. Ja, eine sehr quirlige Frau. Pistolen Jenny hat sie mal gespielt in einem Fernsehfilm. Pistolen Jenny oder Pistolen Jenny ist die Frage. Das müssen wir mal kurz gucken. Da müssen wir mal, oh Gott, Alfred Weidemann müssen wir da fragen. Alfred Weidemann ja auch so einen, den hatten wir mal, da hatten wir die Festung, verdammt zur Sünde. Irgendwie hieß dieser Film und haben dann irgendwie festgestellt, oha, Alfred Weidemann hat ja auch eine sehr halb düstere Karriere so hingelegt. Stichwort NS-Zeit. Beziehungsweise da eben auch so ein paar Wurzeln. Und Pistolen Jenny hat er 1969 gedreht mit ihr. Basierend auf einem Stück. Anscheinend ist das irgendwie aus England oder so. Oder wahrscheinlich eher Amerika. Pistolen Jenny klingt ja mehr so nach Western. Ja, wir gehen hier also gut, wenig bewandert rein, würde ich mal sagen, in diesen Film. Was so das Personal angeht. Kommen wir zum härtesten Teil jeder Wiederaufführungsfolge, die Inhaltsangabe. Oder möchtest du vom, ich meine beim Cast, man könnte jetzt noch ein paar andere Spezialitäten erwähnen. Dann, oder mache ich jetzt an der Stelle mal kurz hier, Max Schmeling und seine Frau treten mit auf, als sie selbst so für anderthalb Sekunden. War das Ani Ondra? Tatsächlich. Ich glaube, ja, hier steht die Ehefrau von Max Schmeling. Dann war sie das. Die war auch große Schauspielerin. Und dann war auch noch, wie ist sie, Sonja Ziemann, von der ich aber auch quasi nichts gesehen habe, wenn ich mir hier so die großen Titel von ihr überfliege. Ja, sie hat viel mit Deppel gedreht. Grün ist die Heide. Ist ja hier einer der Klassiker des Heimatfilms. Deswegen ist das natürlich auch ein sehr schönes Metacasting bei ihr. Und Helmut kommt natürlich auch selber vor und, also Helmut Keutner und darf einen ganz wichtigen, super ironisch Metasatz sagen. Auch dazu wieder der beliebte Podcastsatz, da kommen wir bestimmt nachher nochmal zu. Ja, die Geschichte der die Zürcher Verlobung. Bevor ich mir das jetzt wieder hier halb kaputt aus dem Kreuz leiere, nehme ich einfach die Inhaltsangabe des Booklets der Blu-Ray. Und dort heißt es, nach der Trennung von ihrem Freund Jürgen Kolbe lernt die begabte junge Schriftstellerin Juliane Thomas in der Zahnarztpraxis ihres Onkels den Schweizer Charmeur Dr. Jean Berner und seinen ruppigen Freund Paul Frank, genannt Büffel, kennen, der ein bekannter Filmregisseur ist. Juliane verliebt sich augenblicklich in Jean. Sie hat mit ihrem neuen Buch erfolgt, denn sie verkauft es als Drehbuchvorlage an eine Filmfirma. Ihrem Glück scheint nichts im Wege zu stehen, wäre der Regisseur des geplanten Streifens nicht Büffel. Was ist so deine Ferndiagnose, wie zutreffend akkurat ist diese Inhaltsangabe? Ich hatte nur kurz überlegt, ist sie wirklich begabt? Das wird auch so ganz voller Selbstbewusstsein gesagt. Was war es? Begabte Schriftstellerin? Begabte junge Schriftstellerin. Ja, jung ist sie auf jeden Fall. Aber sie sagt ja eher so, dass sie Schriftstellerin ist, finde ich, so ein bisschen auch aus Verlegenheit. Wahrscheinlich, weil sie ja Aufträge fehlen und so. Aber ja, ich nehme mal an, sie ist begabt. Ja, also ich würde das so als gemischt. Sie sagt ja irgendwie mal kurz hier, oder gegen Anfang kriegt sie irgendwie hier Post und dann sagt sie, ist das vom, oh Gott, irgendein Anzeiger oder nee, nee, das ist hier vom Inserate-Dings hier. Also okay, dann ist so, es wird nicht ganz genau gesagt, was sie da geschrieben hat, aber sie schreibt eben anscheinend für diverse Zeitschriften, Magazine, Tageszeitungen, was auch immer. Und anscheinend ab und zu eben auch mal kleinere und größere, längere Geschichten. Ich hatte erst überlegt, nach der Trennung von ihrem Freund, aber hier wird ja tatsächlich gar nicht genau gesagt, wer sich, wer wen verlässt. Was war da dein Eindruck? Also wir steigen, oder ich mache kurz den Erklärbär. Wir steigen ja ein in die Geschichte mit intradiegetischer Musik, die uns aber gleichzeitig erstmal kommentiert, was denn hier so vorgefallen ist und schon einen Einblick in das Innenleben der Hauptfigur gibt, der Juliane. Dass das eben, es könnte viel schöner sein, aber irgendwie ist es auch nicht so toll mit der Liebe und es scheint da so einen Typen zu geben, von dem wir jetzt erstmal alle Fotos und so im Kochtopf verbrennen. Wie war dein, oder mein Eindruck war, er hat entweder sie verlassen oder hat irgendwie eine andere gehabt, dass da irgendetwas vorgefallen ist. Was war dein Eindruck? Ja, ich habe das schon relativ sicher so interpretiert, weil das Lied, das ja auch vorsingt, dass da jemand betrogen wird von jemand anderem, dann der Schwenk auf sein Bild. Und das ist die Frage, also ich habe es dann so interpretiert, dass er sie verlassen hat für eine andere und dann dort gemerkt hat, hier war das Gras doch grüner und dann kommt er wieder betteln später im Film zu ihr an. Aber in jedem Fall steht da am Anfang eine zerbrochene Beziehung mit einem Mann, wo schwer nachvollziehbar ist, warum sie mit ihm zusammen waren, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie es dir da ging. Ja, so hundertprozentig konnte ich das auch nicht erkennen, was die tiefe Verbindung zwischen den beiden war. Aber es schien ja durchaus eine Beziehung gewesen zu sein, die jetzt nicht nur fünf Tage war, sondern es schien schon ein Gefühl, also mein Eindruck war, es war schon ein bisschen länger, da er sich ja einigermaßen auskannte in der Wohnung und sie auch so ein, zwei Sätze, glaube ich, wechselten, wo man merkte, okay, das ist jetzt nicht gerade, die haben sich einmal getroffen und das war es, sondern allein schon, dass sie ja anscheinend irgendwie zusammengelebt haben. Zumindest solange er nicht eben der Handelsreisende war. Ja, aber ich hatte auch so ein bisschen dieser Alterseindruck, ich meine, ist ja letztlich Banane, ob man jetzt irgendwie zwei Wochen oder 20, na gut, bei 20 Jahren ist vielleicht, wo die Liebe hinfällt, ziehe ich meinen Kopf mal schnell aus der Schlinge. Aber er hatte auch den Eindruck, ja, das sind auf jeden Fall unterschiedliche Jahrgänge. Das ist eher so, der, ich weiß nicht, ob gesetzter Herr ist vielleicht schon übertrieben, also der scheint ja jetzt auch nicht unbedingt 60 zu sein, aber es wirkt schon so ein bisschen, sie wirkt deutlich jünger, so. Da habe ich auch so ein bisschen überlegt, ja. Aber ich finde diese, diese Einführung inszenatorisch durchaus interessant, eben, also mit dem Lied sowieso erstmal, gleich erstmal schön Schlager, dann natürlich dieser Kniff, dass das Lied natürlich in dem Film läuft, also auf dem Plattenspieler, auf diesem Kofferplattenspieler, äh, und wir eben, ähm, naja, es ist ja eigentlich schon auch Tell, aber sehr viel Show, ganz ohne begleitenden Text kommt es quasi nicht aus, aber dann eben immer so Kameraschwenks und nach und nach und es ergibt sich völlig logisch. Also es ist alles nachvollziehbar. Ich glaube, den Text hätte man nicht mal unbedingt gebraucht, so den Gesang, äh, und hätte es dann trotzdem verstanden, sie ist, äh, irgendwas ist mit dem Mann da nicht ganz in Ordnung gewesen und, denn man haut ja nicht sonst immer einfach eine Menge Fotos, die man gemeinsam gemacht hat, äh, nicht nur nicht weg, sondern sie verbrennt die ja. Ähm, wie ging's dir so inszenatorisch mit dem Anfang? Also ich war ja, ähm, komplett entzückt, äh, von dieser ganzen Sequenz, äh, ist so ein, würde ich sagen, auch so ein bisschen spitzbiblicher, klassischer Keutner-Moment, dass er einem gleich erstmal da auf die Nase hindrängt, hier, äh, es gibt Musik, die vom Film kommt und es gibt Musik, die im Film selbst vorkommt. Ihr müsst euch jetzt gefasst machen, hier kommt etwas Meta-artiges auf euch zu, hat er sicher nicht in demselben Ausdruck, äh, damals so in seinem Kopf formuliert, aber so ähnlich sicherlich. Also das ist ja in anderen Filmen so, dass er sich dann oft selber auch als, oder manchmal auch als Erzähler einbaut. In Montpetit ist das ja auch so, den ich, äh, ganz, äh, toll finde, dass er da die Rahmenerzählung gleich gestaltet. Hier ist das alles nicht ganz so extrem, auch wenn er später dann einsteigt in den Film selber, um dann noch seinen Witz zu reißen. Ähm, das heißt, wir sehen hier nur am Anfang diese, diese Musik, äh, die kommentiert, was geschieht. Dieses schöne rote, dieser schöne rote Taschenplattenspieler, ich weiß nicht, wie man das nennt, das sieht irgendwie so aus, als könnte man den mitnehmen. Ähm, das fand ich auch schön, weil Rot ja auch noch eine größere Bedeutung spielt, so was ihre Kleidung im Verlauf des Films und gerade gegen Ende dann angeht. Das konnotiert ja auch so ein bisschen den Wandel ihrer Beziehung. Äh, darüber können wir ja auch noch sprechen hier, Classic-Podcast-Satz, auch von mir, äh, später. Äh, und dann, das ist, also, was mir einfach sehr daran gefallen hat, ist, wie effizient das alles ist, äh, ohne so kurz angebunden zum Beispiel zu wirken. Und das heißt, ein paar Kameraschwenks, ein paar, äh, Detailaufnahmen, äh, und schon hast du das komplette Bild ihrer Beziehung. Und was ich, äh, bei dieser Eröffnungssequenz auch sehr fein fand, abgesehen natürlich von dem, ähm, lustigen, hamburgernden Postboten, der dann noch reinkommt. Und der fragt, in wie viel Zimmer es brennt, oder wie sagt er so. Aber was ich sehr schön fand, war auch die, der Blick auf die Wohnung, der Blick aus ihrem Apartment, ähm, weil ich, das für mich schon so ein Film ist, wo die Wohnungen, äh, und Behausungen der Menschen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und, äh, ich bin ja von ihrem Apartment doch sehr, ähm, ja, nicht entzückt, aber doch irgendwie auch, äh, begeistert, dass es so klein und so riesige Fenster und so voll gestellt, äh, da finde ich mich als, äh, äh, Großstädterin auf jeden Fall, äh, drin wieder. Ja, ja, stimmt. Gute, gute Punkte. Bei der Farbe könnte ich jetzt so aus dem Stand, da werde ich dann, äh, dich nochmal dann, äh, befragen müssen, fällt mir gerade auf, habe ich gar nicht so sehr darauf geachtet diesmal. Aber mit den Wohnungen oder mit den Räumlichkeiten, das stimmt und es wird natürlich auch später dann nochmal sehr interessant aufgegriffen mit dem Film im Film und so weiter. Und, äh, den, den Postboten mochte ich auch sehr, der war sofort sympathisch. Und, und was mir da aufgefallen ist, äh, war natürlich dieses, okay, diese Handlung oder was mir hier jetzt erzählt wird, ist jetzt, ähm, inhaltlich erstmal nicht irgendwie was Großüberraschendes oder so. Und wie du aber gesagt hast, ne, sehr effektiv erzählt und dann diese ersten Dialogzeilen, wenn dann der Song quasi vorbei ist, ähm, die haben schon ein bisschen was hergemacht und natürlich habe ich mir die nicht genau eins zu eins gemerkt, aber gerade mit diesem hier, äh, wo qualmst du denn? Und es ist nur ein Zimmer, ähm, die, die fand ich schon sehr, sehr schön geschrieben, das war wieder schön auf den Punkt, ähm, ein bisschen so dem, dem Schalk im Nacken, dem, die, die Sätze aufgesagt. Ähm, und da fällt mir auch ein, dass ja, stimmt, wir fangen ja gar nicht direkt in der Wohnung an, wir sind ja erst mit so einer Panoramaaufnahme, na gut, Panoramaaufnahme vielleicht übertrieben, aber von Hamburg, ähm, vom Zentrum da. Und, äh, völlig verregnet vor allem, das ist ja auch, das Wetter spielt hier ja auch eine wichtige Rolle, kann man sich ja später nochmal drüber unterhalten, äh, dass wir hier erst den Regen haben, später wird es sehr neblig werden und die Charaktere können gar nicht genau sehen, können nicht in die Ferne gucken, äh, dann gibt es aber auch wieder sehr starken Sonnenschein, ähm, genau, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen hier mit einer Rolle. Und wir sind, äh, geografisch in dieser Phase am weitesten weg von Zürich, äh, ich überlege gerade, kommen wir eigentlich im Film einmal nach Zürich direkt oder ist das immer drumherum? Ist das nicht bei dem Berner? Doch, bei Berner, ja klar. Genau, das ist, also Zürich kommt ja am schlechtesten weg, würde ich sagen, obwohl es die Zürcher Verlobung ist. Äh, ähm, genau. Hamburg, so, und dann, äh, erfahren wir eben relativ schnell, oder genau, durch den Postboten erfahren wir dann eben auch um ihre finanzielle Situation, also wir haben das, das Private geklärt, jetzt haben wir das Berufliche schon mal so schön umrissen und, äh, die nahe Zukunft ist dann das, äh, räumlich nicht ganz so weit entfernte Berlin, wo sie sich dann aufmacht, um, äh, ja, neben ihrer Autorinnenschaft, äh, eben für ein Einkommen zu sorgen. Wie, wie, äh, wie, äh, schätzt du das ein, oder wie, wie, für wie realistisch würdest du das in der heutigen Zeit halten, dass eine Frau in einem, in Hamburg eine eigene Wohnung hat, die sie anscheinend auch selbst bezahlt, so nach meinem Verständnis, auch wenn sie sich von ihrem Freund anscheinend mal was geliehen hat, wie wir später erfahren, diese Wohnung quasi für, äh, ich bin gar nicht sicher, wie lange, für einen gewissen Zeitraum mal, äh, verlässt und dann diese Wohnung erhalten kann und sich, äh, indem sie als Zahnarzthelferin arbeitet. Ist das, äh, ein völliges Traumgebild in unserer heutigen Zeit angesichts hoher Mieten und niedriger Löhne? Oder war das auch damals schon eher so ein, naja, wahrscheinlich würde das Ganze in echt auch nicht viel leichter für sie sein? Also heute ist es natürlich schwer vorstellbar, ich glaube auch in Hamburg, äh, dann wahrscheinlich, etwas realistischer wäre es wahrscheinlich, dass sie irgendwo am Ring von Berlin wohnt und selbst da sind ja die Mieten am Wachsen, deswegen, ähm, ich könnte mir das nicht leisten, meine, meine Wohnung, ähm, ohne regelmäßigen Job einfach mal zu verlassen, um nach Zürich abzuzischen, aber immerhin muss man ja sagen, bezahlt sie nicht für die Reise, ne? Äh, sie, sie umgeht ja den Flug dahin, ähm, beziehungsweise nach Sankt Moritz, ich nehme mal an, es geht alles auf Kosten von Büffel, also macht sie das schon sehr clever, ähm, am unrealistischsten von allem finde ich aber, dass die, äh, begabte Schriftstellerin dann, äh, auch noch einen Job kriegt als Zahnarzthelferin, weil da, äh, hätte ich sie, glaube ich, nach einer Stunde schon entlassen, selbst, äh, wenn sie das nur aus nepotistischen Gründen bekommen hat, diese Stellung, weil, äh, äh, dieses, äh, in dieser Altbauwohnung, äh, in der sie da quasi in der Zahnarztpraxis hantiert, was mich sehr stark an meinen Zahnarzt, ehrlich gesagt, erinnert, der, der auch, äh, seine Praxis in so einer Altbauwohnung hat mit riesigen, äh, hohen, ähm, Decken, äh, da, würde ich sagen, zeigt sie keine Begabung, außer natürlich für das, äh, Verlieben in Patienten oder Begleiter von Patienten. Ja, ich überlege gerade, also, ich habe auch so gedacht, so, hm, ja, er stellt sich jetzt einen, oder, ne, dass die, die eigentliche, äh, Sprechstundenhilfe, die geht gerade, was geht, ob ich so, in Mutterschutz, sag ich jetzt mal überspitzt, ne? War das so, die war schwanger, oder? Ja, irgendwie sowas. Und, äh, habe aber auch das Gefühl gehabt, äh, das war so ein, ja, mach mal den Job, ohne, dass wir dir sagen, wie du den machst oder was du machen musst. Einarbeitung, äh, ist hier nicht, du bist, äh, die Verwandte, mach mal, können wir dich mal, habe ich auch so gesagt, oh, beim Zahnarzt, na ja, vielleicht ein, zwei Sachen sollte man doch mal einmal ansagen, äh, war dann auch sehr überrascht, oder, äh, ist ein Film, wo ich mir vorstellen kann, danach möchte man nicht unbedingt zum Zahnarzt gehen? Nein, dafür wird zu viel geschrieben, würde ich sagen, äh, und es wird nicht viel Vertrauen in die Mitarbeitenden, das, äh, Zahnarzt gewinnt. Andererseits wird, äh, erstaunlich viel Alkohol konsumiert im, äh, äh, im, äh, Patientensstuhl, im Zahnarztstuhl, wie heißt denn das Ding? Naja, in dem Stuhl, wo man sich hinlässt, wenn man behandelt wird. Und, äh, das, äh, war auch, das wirkte auch nicht ganz der Realität entsprechend, habe ich so den Eindruck. Da sind, da sind meine Zahnarztbesuche trockener. Na, nach dem Film habe ich mir sowieso die fundamentale Frage gestellt, ob man die 50er Jahre nur so überleben konnte in der BRD, äh, in dem man ständig irgendwie einen Flachmann mit Kognak, äh, in der Tasche hat. Das ist dann aber vielleicht ein Thema für einen anderen Film oder für einen anderen Podcast, weil hier wird ja wirklich durchgängig gesoffen. Ja, Chin Chin, wie es immer mal wieder heißt oder andere. Und ja auch mit unterschiedlichen Auswirkungen. Das hat nämlich, es ist eine spätere Szene, wenn, ähm, Herr Büffel ist, äh, verwitwet, die, die Frau, eine, ich bin mir nicht sicher, ob sie norwegische Skiläuferin war oder ob der Unfall in Norwegen war, die ist ja, äh, verunglückt, auf jeden Fall. Und die haben einen gemeinsamen Sohn, den, äh, Pips, Pips, Pips. Und der bricht dann später mal in einen zugefrorenen See ein. Und, äh, zur Heilung empfiehlt die weiblichen Protagonisten Medizin und der Vater, äh, seiner völligen Überzeugung, nein, nein, Alkohol ist die Lösung. Das hat mich ein bisschen an, äh, Sidney Poitier als, äh, Tipps erinnert, der, glaube ich, in der, in dem zweiten Virgil-Tipps-Film, da ist irgendwie mehr mit seiner Familie und da, äh, hat er auch sehr interessante Ansichten, wie man seinen Sohn richtig erzieht. Zum Beispiel, dass er ihm dann, äh, seine Zigarre zu rauchen gibt, damit er auch ja nicht zu viel raucht und sowas. Also, sehr, ein sehr interessantes, äh, Erziehungskonzept, äh, aus den 60er, 70er Jahren, was so die Grauschmittel angeht. Ja, ähm, ähm, genau, in Berlin, äh, gibt es dann das Aufeinandertreffen von, oder, diese Geschichte, die der Film bis hierhin erzählt, wirkt schon sehr, wie so eine völlig übliche, äh, fast völlig übliche, äh, dreiecksromantische Komödie. Und, äh, dementsprechend brauchen wir natürlich neben der Hauptfigur der Weiblichen jetzt die männlichen Begehrensfiguren und die schellen erfreulicherweise an der Tür und das ist einmal der, äh, Vorzeige, äh, ja, später wird er immer wieder Engel genannt, äh, ein Heiliger ist der Jean Berner, dem sie sofort verfällt, auch wenn er ein bisschen so Schweizerisch spricht, das kann ich nicht so gut, nee, das lassen wir gleich wieder. Und, äh, der kommt mit seinem, wir wissen es bis dahin nicht ganz genau, wie die Beziehung zwischen den Herren ist, aber, äh, sein Kumpel Büffel, der hat ganz dolle Zahnschmerzen und muss jetzt erst mal, äh, versorgt werden, ähm, aber die Zahnarzthilfe ist dann noch nicht erfahren genug, um es, äh, routiniert über die in die Bühne zu bringen. Äh, und es kommt dann auch zur Auseinandersetzung. Auch hier hatte ich dann wieder so den, äh, das Gefühl, ja, waren wir ein paar gute Dialoge dabei, ähm, dieses Anhimmeln ist schon so nicht das höchste Niveau, wir merken das schon sehr überdeutlich, wie sehr sie, äh, auf den ersten Blick sich in den Berner da verguckt, ähm, also war so ein, ein gemischter Eindruck. Einerseits so, ja, die Dialoge, das, da komme ich gut mit zurecht, äh, dieses Anhimmeln wirkte aber schon recht platt, wo ich dann wieder überlege, naja, ist das nicht auch so intendiert, dass das so billig, sage ich mal, wirken soll, so überzogen? Oder haben sie halt gesagt, naja, es muss eben so sein? Was denkst du, wie, wie kam das für dich so rüber? Hast du auch Jean Berner ganz lange angehimmelt und Büffel eigentlich keinerlei Beachtung geschenkt? Äh, eigentlich ja, also nicht angehimmelt, aber ich war in diesem Film, äh, weil ich mich auch wirklich kaum noch dran erinnern konnte, was überhaupt passiert, äh, schon auf der Suche nach einem konventionellen Leading Man, weil, äh, der, der Wolfgang Lubsch, Lucchi, der den Jürgen spielt, ihren Ex, äh, der passte da ja nicht so richtig ins Schema und dann, äh, kam dieser Paul Hubschmied durch die Tür, der eben, weiß nicht, nicht deutscher Cary Grant, aber so ähnlich daherkommt, äh, etwas weniger Charme wahrscheinlich als das so, aber immerhin so wirkt wie, ja, da muss ich mir um Lilo keine Sorgen machen, wenn sie mit dem zusammenkommt. Äh, er wirkte, wirkt eben so wie jemand, den man in einer Rom-Com erwartet. Und ich empfand ihr, ihr Love at first sight, äh, ihren Love at first sight Moment mit ihm jetzt nicht als wahnsinnig übertrieben, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch ganz eingenommen war von diesem, von dieser enthusiastischen Leinwandpräsenz, die Lilo Pulver einfach mitbringt. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr so intensiv in Erinnerung und ich hab ja auch kaum andere Filme mit ihr gesehen und sie kommt da ja rein wie so ein Wirbelsturm, auch in diese, in diese Zahnarztpraxis, äh, macht ihr alles falsch, was man nur falsch machen kann, gibt falsche Hilfestellungen an die Patienten und was weiß ich. Und dann, äh, äh, fummelt sie da noch an ihrem Ohrläppchen so rum, irgendwie alles so unglaublich entzücken. Deswegen war ich, glaube ich, etwas verblendet. Also ich hab mich wahrscheinlich nicht in den Paul Hubschmied, äh, verguckt, äh, in diesem Moment, sondern eher in die komödiantischen Fähigkeiten auch von Lilo Pulver, die ich sehr beeindruckt fand. Also ich hatte oft in diesem Film auch das Gefühl, dass sie, dass den Puls so am Laufen hält. Das Drehbuch hat mir schon sehr gut gefallen und die Dialoge sind durchaus spritzig und man kann das so auch so ein bisschen als deutsche Screwball-Komödie bezeichnen. Aber sie ist ja wirklich dann der Screwball in der Komödie, äh, wie eben auch bei den amerikanischen Filmen aus den 30er Jahren, dass die Frauen da häufig ja auch sehr wild oder ungezähmt oder spontan sind, während die Männer eher passiv sind. Das hat man hier ja auch. Und, äh, deswegen hat sie auf mich da schon sehr, sehr Eindruck gemacht. Und ich hatte auch sofort Lust, andere Filme mit ihr zu schauen, die vielleicht diese Energie auch bündeln. Äh, und ich muss auch sagen, dass dieses komödiantische Setpiece, dass da jemand in einen Beruf kommt, den er nicht kann, das ist, äh, was, was ich sowieso mag. Und, ähm, da konnte ich mich richtig hineinversetzen. Ähm, in, vor allem, weil sie das auch völlig ohne Selbstreflexion macht oder gar nicht so richtig merkt, was ihr eigentlich alles. Falsch macht. Hat dich denn der Enthusiasmus von Lilo nicht so abgeholt? Nee, dadurch, dass du es jetzt gerade gesagt hast, gerade auch diese Ohrläppchen-Nummer, die sich ja auch durch den Film zieht und, äh, Berner greift das ja dann immer wieder auf und, äh, nee, doch, das müsste Berner gewesen sein, ne, dem das sofort mit auffällt. Ja. So, und der das ja auch dann nachmacht. Das stimmt schon. Ja, nee, da sind schon sehr schöne Aspekte bei. Vielleicht ist es genau das. Oder andersrum. Ich hab ja durchaus durch das Cover, ähm, der, der Veröffentlichung, da ist halt Paul Hubschmidt drauf, Lilo Pulver. Und dann bin ich gar nicht sicher, ob das die amerikanische Bekanntschaft bei den St. Moritz ist hier, die, die Dame noch mit drauf. Also die zwei Frauen und ein Mann. Und mein Gedanke war, naja, das ist jetzt der, um den es nachher gehen wird, mit dem sie nachher zusammenkommt, nach Irrungen und Wirrungen. Also zumindest da konnte mich der Film zunächst einmal noch auf die falsche Fährte locken. Ähm, dass ich da also gedacht hab, naja, das ist jetzt so eben das, äh, in Anführungszeichen der Standard, der jetzt hier kommen wird. Und dann muss er sich jetzt ein bisschen anstrengen, dass eben abseits des Drehbuchs oder der zu erwartenden Handlungen mir andere Reizpunkte zu setzen, die mich unterhalten könnten. Das stimmt eigentlich, ja doch, Lilo Pulver, die dann immer so wechselt zwischen, äh, glänzendem, äh, Gesicht und strahlenden Augen, als sie den Paul Hubschmidt sieht. Und dann dieses, äh, was, Trinkwasser, kein, kein Leitungswasser, und dieses hier, das Wasser sollst du herbringen und, äh, mach doch mal hier und der Patient braucht da und dieses und dort. Das stimmt schon, das klappt eigentlich ganz gut, ja. Äh, genau. Ja. Und du hast ja auch den Punkt mit den Wohnungen ja schon mal angesprochen, ne, nach dem kleinen oder verhältnismäßig kleinen Apartment jetzt hier diese scheinbar unendlich lange, große Altbauwohnung mit, ja, gefühlt fast sechs, sieben Zimmern, äh, und Räumen, wo, wo man gar nicht weiß, was man da noch so alles reinbauen kann oder die immer mal umgeräumt werden. Äh, da war, glaube ich, auch irgendeine so eine Dialogzeile, wo sie fragte, was ist mit dem und dem Zimmer? Nee, nee, da ist jetzt das und das drin und, äh, Wintergarten, Dachterrasse, äh, Tiefgarage, was da wahrscheinlich noch alles mit dabei ist, was uns gar nicht alles gezeigt wird. Und, äh, dieses etablierte Zahnarztzimmer ist ja eins, was dann eben gegen Ende des Films, wenn dann nämlich der Film gedreht wird, in den Studios, die genauso heißen wie die echten Studios, in denen der Film gedreht wurde und wahrscheinlich auch genau da gedreht worden ist, oh Gott, oh Gott, Meta, Meta, ähm, sehen wir dann eben diese Zahnarzt-Szene im Ansatz nochmal, äh, also das wird da auch nochmal aufgegriffen, beziehungsweise eben so, da schließt sich dann einer der vielen Kreise, äh, die, die Behandlung des Büffels. Und jetzt überlege ich gerade, ob Büffel, also keine Ahnung, ob das irgendwie da in dem Roman schon so drin war, ob das so eben auch, äh, eine Art, äh, ganz leises Western-Motiv, so die Zähmung der Wildnis, äh, beinhaltet. Aber andererseits, na, weiß ich nicht, glaube nicht. Oder kommen dir da irgendwelche Western-Gedanken, wenn du an Büffel denkst? Und, äh, im konkreten Sinne hier in diesem Film. Also ich hab da vor allem, äh, an diesen breiten, hohen Rücken von Büffeln gedacht, ich weiß nicht, die sind ja jetzt nicht unbedingt die elegantesten Tiere auf der Welt, ne, kann man ja so sagen. Es sind jetzt keine Rehe oder so. Und ich würde sagen, der Berner, äh, ist wahrscheinlich eher ein Rehe und der, äh, der Herr Wicke, wenn er da reinkommt als Büffel, da ist er ja auch erst mal so, weiß nicht, äh, ein bisschen gekrümmt im Schmerz. Er hat diese dicke Wange, er hat, glaube ich, ein Trenchcoat oder irgendwie sowas an und wirkt erst mal wie so ein Masse an Körper, die da einfach schnell irgendwo rein will, äh, und dann eigentlich aber gar nicht so richtig zum Zahnarzt will, aber muss. Und, äh, während der Berner eben sehr elegant wirkt und, äh, da sofort alle Augen auf sich zieht. Ich fand's auch so interessant, die erste Szene, wo man ihn ja sieht, den Berner, da steht er so im Türrahmen und das Gesicht von Vicky ist nur irgendwie zu einem Drittel zu sehen. Man sieht so ein Ohr am Rand aufscheinen. Und das ist dann der, der Romantic Leading Band dieses Films dann später. Also es wird schon sehr geschickt gemacht, dass die Aufmerksamkeit von uns, äh, ähnlich positioniert wird, äh, wie sie von, äh, unserer Heldin quasi positioniert wird. Also wir haben nur Augen für Berner und, äh, irgendwann werden wir dann quasi nach und nach gezwungen, dann auch den anderen wahrzunehmen, der ja vor allem erst mal durch seine, seinen Schmerz und seine Unförmigkeit auf sich mal merksam macht. Und da muss ich schon ein bisschen an Büffel denken. Ich fand ihn jetzt nicht wahnsinnig wild oder so im Film. Ähm, und hat der eher das Gefühl, dass es hier so ein bisschen ist wie bei vielen Scrooge-Ball-Comedien, dass auch die Frau eher gezähmt wird als der Mann. Weißt du, also das ist ja bei den Klassikern auch häufig so, dass die Frauen sind wild und dann, äh, werden sie durch den Mann so ein bisschen beruhigt und, äh, im schlimmsten Fall enden sie dann noch am Herd am Ende. Ja, das habe ich auch auf jeden Fall im Laufe des Films ein paar Mal überlegt, was, wie es so ausgehen könnte oder wie es ausgehen wird, höchstwahrscheinlich, aber was das so bedeutet oder was das so impliziert. Und bei ihr ist es ja am ehesten, überlege ich jetzt gerade so, dass, ähm, die, positiv ausgedrückt, die, äh, Fantasie und ihre, ihre fantasievollen Geschichten, äh, von dem Gegenüber, von Büffel akzeptiert werden, ohne dass er das, äh, dass er sie damit jetzt bloßstellt oder so. Denn wenn man böse ist, sind es nicht fantasievolle Geschichten, sondern sie erzählt da knallharte Lügen, dass sie verlobt wäre und dies und das. Ähm, und zumindest wird ja nicht unbedingt gezeigt, dass sie eben dann am Herd ist oder so. Also es wird eben so gesagt, na, wahrscheinlich wird sie irgendwie so eine Art Mutter auf jeden Fall werden, wenn, mit dem, wenn der Junge dann doch nicht ins Internat muss. Äh, am ehesten überlege ich gerade noch so mit diesem, die, die Schlussmomente, mit dem, ich liebe dich, so dieses, das sagt ja heute keiner mehr. Und dass dann da sozusagen wieder das klassische, ähm, obwohl es gerade eben so halbironisch, äh, schon kommentiert wurde mit, das sagt man ja nicht mehr, aber doch, man sagt es irgendwie ja doch und, äh, dass das so dazugehört. Ähm, oder wie, was, wie ist denn so dein Eindruck zum Thema der, der möglichen Zähmung der, äh, äh, Frau Thomas? Na, das Ende wirkt schon so ein bisschen so, als wäre das das Ziel. Ich glaube nicht, dass der Film jetzt das Argument dafür macht, dass sie nicht mehr arbeiten sollte, aber die Arbeit ist doch recht nebensächlich in ihrem Leben. Ähm, was jetzt grundsätzlich nicht heißt, dass das, dass sie, äh, dass der Film irgendwie, äh, ja, darstellt, dass sie nicht arbeiten sollte oder so. Das ist ja auch, ich weiß nicht, in Harry und Sally ist die Arbeit auch für Sally eigentlich nebensächlich, weil der ganze Film sich nur darum dreht, dass diese beiden miteinander in ihrer Freizeit reden und Zeit miteinander verbringen. Bei beiden ist die Arbeit unwichtig sozusagen. Also das ist automatisch nicht irgendwie ein Argument da für ein, äh, äh, wesentlich patriarchaleres Weltbild oder so. Aber am Ende, wenn man die, die Argumentation, äh, die hinter der Beziehung steckt irgendwie weiterdenkt, dann ist sie ja, dass der Junge nicht ins Internat muss, weil er jemanden hat, der jetzt tagsüber auf ihn aufpasst. Oder? Ja, ich, also, hm, wäre eine Möglichkeit. Andererseits nicht so, naja, vielleicht kommt er ja dann doch auf eine normale Schule, dass sie zumindest tagsüber, oder zumindest dann erst am Nachmittag auf ihn aufpassen muss. Ich überlege gerade mit dem, wenn du sagst, sieh, ne, ihre Arbeit ist jetzt nicht so, oder wird im Film jetzt nicht so, äh, wichtig dargestellt. Meinst du damit, dass, äh, weniger gezeigt wird, wie sie konkret arbeitet, im Sinne von, wie sie schreibt? Oder dass der Film vermittelt, na, so wichtig ist ihre Arbeit nicht, ähm, auf einer anderen Ebene? Na, ich kriege nicht das Gefühl, dass sie jetzt leidenschaftlich, äh, große Ziele verfolgt, zum Beispiel, äh, oder abseits ihrer romantischen Ideale andere Ideale hat, zum Beispiel als Schriftsteller, sondern es wird eher so eben als Arbeit betrachtet, ne, Geld muss reinkommen und entweder sind's 100 oder 200 Mark oder es sind, äh, 7 D-Mark oder was das am Ende, am Anfang des Films, was sie wirklich bekommen. Und dann besteht der Film ja auch aus so einer konstanten Kritik an ihrem Drehbuchschreiben, auch natürlich durch Büffel, der das immer wieder äußert. Und Büffel ist nicht der Erzähler dieses Films, er ist nicht die Stimme dieses Films, er ist nur eine Stimme in diesem Film, das muss natürlich dazu gesagt werden. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ihr Drehbuchschreiben, zum Beispiel in diesem Film, dass das irgendwie in einer Kontinuität ihrer Entwicklung als Autorin steht, zum Beispiel, sondern es ist ja eher mein Freund, der einen Haufen Geld hat, hat mich verlassen und ich will eigentlich auch nicht mehr mit ihm zusammen sein. Wo kriege ich denn jetzt Geld her? Als, äh, Arzthelferin bin ich nicht geeignet oder zumindest nicht so richtig. Ähm, wie wär's denn, wenn ich ein Drehbuch schreibe? Weißt du? Also das war, ja. Ist ja kein Künstlerbiophik, kann man ja glaube ich einfach nämlich sagen. Ja. Ja, ich überleg grad so, ne, ist so, also die, der Job, ob das hier in Anführungszeichen der Mittel zum Zweck ist, weil dadurch kommt sie ja wieder mit dem in Kontakt mit Büffelfrank und, ähm, ja, ja, interessante Beobachtung. Äh, ja, genau, so, äh, ich geh jetzt wieder so ein bisschen chronologisch im Film, hüpfe ich jetzt so ein bisschen umher, ähm, dann ist sozusagen diese Berlin-Episode, die erste Berlin-Episode quasi relativ schnell vorbei und, ähm, dann geht es wieder sowohl räumlich zurück nach Hamburg als auch, ähm, gefühlstechnisch ein wenig zurück, denn, ah nee, Quatsch, das ist ja noch in Berlin, denn, äh, Jürgen Kolbe, ihr Ex-Freund steht plötzlich in der Tür vom Zahnarzt, ne, das, das war ja so noch, dass sie sich da wieder sehen, ne? Genau, wie am Ende, wo dann nochmal alle zusammenkommen, kommen am Anfang auch alle irgendwie zufällig mehr oder weniger gleichzeitig zum selben Ort und dann sehen wir auch nochmal ihre Berliner Unterkunft, die, oder so habe ich es zumindest interpretiert, das war ja nicht das Apartment von Anfang, ne? Sie kommt ja dann nochmal später nach Hamburg oder, ja, ich fand es jedenfalls verwirrend, wo wohnt sie eigentlich in Berlin? Jedenfalls sind die dann irgendwann auf jeden Fall zusammen, äh, in seinem Auto und darüber wolltest du doch auf jeden Fall sprechen, oder? Ja, also ich glaube, untergebracht war sie ja sozusagen neben dem Zahnarztzimmer, ne, so im Gästebedienstetenzimmer, so hatte ich das verstanden, also da machte die zumindest am Anfang kurz das Bett her, ähm, aber genau, und dann kommt, äh, ja, also das, ähm, so wie mich, wie ich, äh, ein wenig später bei der Sekretärin von, von, äh, Büffel, äh, sehr laut lachen musste, unerwartet, weil das einfach so eine sehr interessante Bemerkung war, war das der erste Moment, wo ich so da so dachte, wow, was ist hier? Also es ist so die, ähm, ich bin ja großer Michael Mann Fan und in der Pilotfolge von Miami Vice äh, kommt dann nachher so ein, ein ganz wichtiger Dialog, da, äh, äh, hält Crockett mit seiner Tabs fährt und, äh, Crockett fährt und er muss nochmal kurz zur Telefonzelle, telefoniert und dann, äh, fängt Phil Collins an, in die Erdschneid zu singen und da, 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 und hier sind wir auch an einer Telefonzelle, äh, wo Herr Jürgen Kolbe, nee, Moment, jetzt bringe ich es jetzt schon durcheinander, telefoniert sie, nee, er telefoniert, ne, weil es ja darum geht, ach du, plötzlich ist gar kein Hotel frei, genau, er telefoniert und ist völlig erfolglos, okay, sagt ihr, du, äh, wird nichts, ähm, ich muss leider sozusagen wieder mit in dein Apartment kommen oder willst du mich hier auf die Straße setzen, in einem extremen, ich weiß nicht, ob das futuristisch ist oder, also ich würde es fahren, ein Auto, wo sozusagen die Tür nicht zur Seite aufgeht, sondern wie man das so bei manchen, äh, sehr flachen Fahrzeugen kennt, so die Türen nach oben aufgehen und es ist auch nur, es ist ja nicht mal eine Tür, es sind ja eigentlich quasi nur die, es ist wie so ein Flugzeug ohne Flügel, ich tue mich schon wieder sehr schwer, das zu beschreiben, es ist so ein Zweisitzer, äh, könnte wahrscheinlich auch in St. Moritz auf der Bobbahn so, äh, in, in Testfahrten zu finden sein, wie so eine Zigarre äh, so ganz länglich, also kam für mich völlig unvorbereitet und hat mich deshalb so getroffen, ähm, ich war völlig fasziniert, ich konnte der, der Handlung danach erst mal fünf Minuten nicht folgen, weil ich die ganze Zeit über das Auto nachgedacht habe, äh, und dachte so, wenn, wenn die so durch Hamburg gefahren sind, dann werden die doch auch Kamera oder nicht, äh, totale Blicke riskiert haben. Ich fand das sehr faszinierend, dieses Auto, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ich musste sofort an die große Sitcom Alle unter einem Dach denken und Steve Urkel war das, glaube ich, der so ein ganz bizarres Auto fährt, ich weiß nicht, ob du das geschaut hast, damals. Die Folge mit dem Auto muss ich verpasst haben. Nee, also der, der hatte, glaube ich, ich, wenn ich das nicht komplett verwechsel, hatte er, glaube ich, so ein Auto, das, wo die Türen nach vorne aufgingen, dass man so aufklappen musste und das kam mir hier vor wie so die Zweisitzer-Version davon. Also auch, glaube ich, ein schönes Bild dafür, wie, wie unpraktisch und unpassend dieser, ähm, Ex-Freund von ihr ist. Erstens, dass er Geld dafür ausgibt. Äh, ich, ich frage mich auch, was war sein Gedankengang, dass er dieses Auto gekauft hat? Also man kann gleich so ganz viele Anschlüsse, Anschlüsse da reinstecken so und überlegen, hm, was sagt das über ihn aus? Was sagt das über seinen Kontostand aus? Was sagt das über ihre Beziehung aus? Was sagt das über sein, ja, sein, also das Leben mit ihm auch aus, dass er, dass er seinen Beifahrenden sowas zumutet? Das ist ja auch so eine fundamentale Frage, die da offengelassen wird. Ja, das hat auch, äh, ich muss gerade noch einen völligen Blödsinn so an Indiana Jones denken, Vater, ein Uhr, so als müsste irgendeiner von beiden Befehle geben, so beim Fahren, ne, hier da lang, dort lang. Und das ist ja auch ein Auto, bei dem man auch, das ist ja auf jeden Fall ein Hingucker, also ist ja kein, kein, selbst in den 50ern ist das kein übliches Auto, also der, genau, oder ist er Autoverkäufer bei seiner Handelstätigkeit? Also für mich ist er ja irgendwie so, Handelsvertreter, er fährt immer durch, er fährt so durch die Republik anscheinend, oder ist er auf jeden Fall viel auf Reisen und, äh, versucht dann eben seine Sachen da loszuwerden. Ähm, also ich hatte nicht den Eindruck, dass er so quasi auf einer großartig höheren Stufe, ähm, steht oder wo man sagt, das ist jetzt der super Job oder sowas. Ähm, aber mit diesem Auto, das ist, vielleicht ist es auch so ein Abteilungsstatussymbol, aber du hast schon recht, das macht sehr viele Fragen auf. So wie sich dieses, dieses Verdeck da öffnet, äh, geht auch der Kataloganfragen plötzlich auf, ja. Äh, genau. Aber, weil ja auch andersrum hätte man ja auch, also man braucht ja anscheinend eine Szene, damit man dazu kommt, warum ist er jetzt wieder mit bei ihrem Apartment, ne? Dafür ist die ja so ziemlich, äh, erzählerisch da, würde ich sagen. Ähm, aber da hat man auch inszenatorisch wieder einiges unerwartet abgeliefert. Äh, ja, und dann, dann sind wir eben, sind die beiden in ihrem Apartment und, ähm, auch da fand ich, waren dann die Dialoge wieder sehr schön, wie er relativ unverhohlen versucht immer, äh, na komm mal her, können wir nicht wieder und, und sie das aber doch recht, recht überzeugt ja auch ablehnen. Also manchmal so ganz kurz noch überlegt und wir haben, glaube ich, auch da nochmal so eine Wiederholung des, dieser Öffnungsszene, in dem dann wieder der, äh, Kofferplattenspieler da so groß, äh, in Szene gesetzt wird und er sich dann umschaut. Ähm, genau. Und dann eben da schon feststellen, okay, es ist eben manches anders, als wir das eben schon etabliert bekommen haben oder für ihn, er stellt das dann fest, dass sich einiges geändert hat. Zum Glück. Für wen? Für alle. Äh. Ja, ähm, ich glaube, wenn ich, wenn wir jetzt weiter so in dem Tempo hier durch den Film durchgehen, dann wird das wirklich noch eine sehr lange Folge. Ähm, äh, unsere, es geht dann auf jeden Fall auch damit weiter, dass, dass sie dann ja, äh, angerufen wird, dass sie mal hier, ähm, vorsprechen soll und dort haben wir dann die Auflösung oder dann, da erfahren wir dann, und das war auch der Moment, wo ich dann erst, äh, überlegt habe, mhm, wir erfahren dann, dass, äh, Büffel Filmregisseur ist und, äh, ich habe das erst verstanden, nicht als ich ihn gesehen habe in seinem Büro, sondern als er dann sagte, ja, ich bin Regisseur, ich bin der Büffel. Und ich dachte, okay, das sagt mir wieder, ich habe gar nicht, also dadurch, dass ich so irgendwie geeicht war auf, äh, Paul erkannt habe, sondern zum Glück hier nicht nur geschowt wurde, sondern auch getellt. Äh, wer bist du denn eigentlich? Ja, und da, da, ähm, kommen sie sozusagen sich auf beruflicher Ebene sofort nahe, ne, Regisseur und Drehbuchautorin, äh, muss ja, müssen sie ja austauschen, aber privat natürlich noch sehr weit voneinander entfernt. Ähm, wie war so dein Eindruck bei, bei Büffel? Ist er da schon, hat er sich schon so, so auf dem Zettel, dass er sagt, ja, mit die, die möchte ich gerne in mein Herz schließen oder hat schon ein Auge auf sie geworfen? Also ich kann mir vorstellen, dass die erste Begegnung da nicht unbedingt wahnsinnig zündend war für beide sowieso, aber auch für ihn, aber durch das Drehbuch, äh, so habe ich es jedenfalls gedeutet, durch das Drehbuch, was er dann von ihr gelesen hat, wurde er, ähm, darauf aufmerksam, dass sie auf ihn aufmerksam war, äh, weil er ist ja auch eine Figur in dem Drehbuch und ich glaube, dann, finde ich, schon beginnt eigentlich schon hier im Gespräch so der Moment, wo, ähm, er, ähm, aktiveren Part, sag ich mal, in ihrer sich anhandelnden romantischen Beziehung einnimmt und sie ja dann auch noch dazu bringt, dass sie, ähm, später dann auch noch darunter fahren, also das dauert natürlich ein bisschen, bis es dann soweit kommt, aber ich habe immer das Gefühl, dass er, ihr irgendwie, was das angeht, sowieso drei Schritte voraus ist und das beginnt auch hier schon mit seiner, ähm, mit dem Gespräch über das Drehbuch. Ich wollte aber auch noch, ähm, einen Satz sagen zu den wunderschönen Postern, die da hängen, ich weiß nicht, ob du da drauf geachtet hast, was da drauf steht? Ja, drauf geachtet habe ich und habe überlegt, das sollte ich mal nachgucken und habe das nicht mehr gemacht, ob das tatsächlich noch Filme sind oder ob es eben dieses, äh, ganz dicht dran am eigentlichen Filmtitel und jeder damals wird es erkannt haben, aber sie sind halt nicht die echten Filme, aber ich weiß es nicht, ja? Ja, ja, die sind sehr nah dran, also ich glaube, der Titel, der am nächsten dran ist, ist wahrscheinlich die Halbschwachen, weil es gibt ja den Klassik, die Halbstarken, das sieht man kurz, aber weil überwiegend sieht man ja Heimatfilme, was auch so ein wichtiges Motiv natürlich im Film ist und da gibt es dann sowas wie Heidegetarren, die Jägerbraut, die Schellenbergs in Neapel und, äh, der Fischer vom Strünensee, wo ich, glaube ich, gelesen habe, dass das eine Referenz ist an den Förster vom Silberwald. Okay, ja, der Förster wurde erwähnt. Berühmt ist genau, also, das habe ich mir vorhin auch extra nochmal angeschaut, weil ich mir nie notieren wollte. Ähm, diese schönen Titel, über sowas freue ich mich ja immer. Aber, äh, wie denkst du denn, dass der, der Büffel hier schon sich in sie verliebt oder findet das für dich eher später statt? Ähm, na, ich glaube, also, äh, er stellt sich daraus, dass es immer eher amusischer Klotz, äh, düddeldüm, und sagt das schon so mit so einem Augenzwinger, ich glaube auch, äh, so, genau, ich glaube, da ist es noch nicht. Was ich die ganze Zeit überlegt hatte, weil du es gerade so sagst, das ist nicht mit dem Förster, äh, ich habe die ganze Zeit noch so überlegt, gibt es nicht die Fischerin vom Bodensee? Und jetzt wird mir hier als erste Suchergebnis, wird mir hier, ähm, die wilde Kerzbuben angezeigt. Aber die Fischerin vom Bodensee ist tatsächlich auch ein Film gewesen von 1956, also zumindest den hätte ich noch Dings und ich war überrascht, dass Gitarren mit G, U, I und Doppelt T wurde das, glaube ich, geschrieben. Das hatte mich irgendwie so, äh, wieder völlig nebensächlich fasziniert, wie man Gitarre da geschrieben hat. Ähm, ja, und ich glaube, da ist es noch mehr so ein, äh, ich glaube, er bemerkt, dass sie, na, obwohl sie merkt das ja eigentlich auch, hm. Also ich habe das Gefühl, er wird so ein bisschen inszeniert, als wäre er mit seinem, äh, ironisch kecken, so ein bisschen über dem, wie sie das vielleicht zugeben will, auch sowieso, aber wie sie das vielleicht auch noch nicht so ganz verarbeiten kann oder sagen kann. Also ich finde, er wird da so ein bisschen, ähm, ein cleverer dargestellt, als sie. Ist das die Richtige? Ist das das, was ich sagen möchte? Ich glaube, so in die Richtung gehend. Ja. Und was ich an der Szene auf jeden Fall mag und was sich dann auch in der Anschlussszene fortsetzt, wenn sich ganz zwanglos zum Abendessen getroffen werden soll, beim Produzenten, ne? Ist das dann? Ja. Äh, wie ihr bei diesem Gespräch mit Büffel, äh, die vorher noch sorgfältig angebrachten Ohrringe oder zumindest ein Ohrring runterfliegt und das wird dann, glaube ich, auch nochmal später kommentiert mit dem Ohrring irgendwas und dann, ähm, um beim Äußeren bei der Kleidung zu bleiben und dann gesagt, ja, heute Abend, äh, ganz zwangloses Abendessen und dann kommt so dieser Schnitt und wir sehen eine Frau in einem total, äh, großartigen Kleid und die Männer an den Anzügen und, äh, ja, äh, Juliane Thomas ist halt auch noch da. Äh, das, das ist dann wieder der, der quasi subtilere oder, oder, ähm, es wird jetzt nicht so direkt nochmal dann darauf angesprochen. Es passiert halt einfach so dieser Humor, äh, den, ja, weiß ich nicht, das ist nicht, äh, das, wo jeder laut loslachen wird und so, aber wo ich, äh, dann sehr gut mich amüsieren kann und meinen Spaß habe mit solchen Kleinigkeiten, äh, auch im, im Zuge dieser Abendessen-Szene, wenn dann auch wieder Jürgen Kolbe, ihr Ex-Freund da auftaucht, äh, sich hinsetzen will und sie, also sie sitzt auf so einem Zweisitzer-Sofa und legt dann ihre Handtasche noch so kurz hin, sodass er sich wieder auf die andere Seite setzen muss auf dem Stuhl neben ihr, damit er zwar neben ihr sitzt, aber nicht auf dem äh, gleichen Möbelstück. Also so, so ganz kleine Momente, die da immer wieder, ähm, finde ich, sehr schön untergebracht sind, die man auch sehr leicht übersehen kann, finde ich, ähm, die für mich aber dann doch immer so ein Teil dieser Faszination ausmachen und wo ich mich dann jetzt aus dem Fenster liege und sage, naja, das liegt dann eben auch mit an Helmut Keutner, der das bestimmt so, der da ein Auge für hat, glaube ich. Bilde ich mir einen nach dreieinhalb Filmen, die ich so von ihm gesehen habe. Ja, er hat ja auch ein Händchen für die Komödie, äh, er kommt ja auch ursprünglich vom Kabarett, ich glaube, er hat ein gutes Gefühl auch für so winzige Pointen, das ist ja auch irgendwie voll gestopft, also wenn man schon allein in dem Büro quasi die Szene einmal schauen kann und sich an die Dialogen zu erfreuen und dann daran, äh, wie sie mit ihrer falschen Brille da rumhandiert, sie versucht so seriös auszusehen und dann schaut man es nochmal nur für die Filmposter im Hintergrund und so weiter und so fort und, äh, diese Sequenz da mit diesen ganzen Filmbonzen und Stars, die sich ja teilweise selbst spielen, äh, empfand ich auch als sehr, ja, es ist jetzt nicht unbedingt satirisch, weil es, da gibt's jetzt keinen, finde ich, bösen Hieb irgendwie gegen die Filmindustrie, da konnte man in der Zeit sicher härtere Filme woanders schauen, die irgendwie bitter auf das Arbeiten in der Filmindustrie, ähm, blicken, vor allem natürlich auch aus, äh, Hollywood. Aber da ist schon so ein Gefühl dabei gewesen, dass da jemand viel zu oft in solchen Meetings gesessen hat und ich dachte, warum muss ich auf diesen unbequemen Stühlen sitzen im Anzug, wenn es hier doch eigentlich um einen kreativen Austausch gehen sollte. Und das wirkt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte manchmal das Gefühl, dass irgendwie so die, die, einerseits so die Bohemians sind oder, oder so, so extrem auch bürgerliche Leute, die sich da hier, ähm, auf ihrem Geld irgendwie, äh, ausruhen und da über, über Kunst reden, aber wenn sie dann über Kunst reden, dann reden sie so in, in, in größten Klischees darüber. Man sieht ja auch dann ihre Visionen von dem Film, die werden ja hinter ihnen eingeblendet, ähm, ganz putzig und das eine ist ja auch so ein, ein Melodram, äh, wie es Keutner auch selber gedreht hat, insbesondere natürlich in den 40er Jahren, sowas wie Romanzin Moll oder so, äh, ganz, äh, scharfe, ähm, schwarz-weiß-Fotografie, es regnet, düstere Gesichter, schauen raus und dann das andere ist ja so ein Hardcore-Heimatfilm, ähm, so aus dem Albtraum eines jeden Menschen, der noch nie einen 50er-Jahre-Film aus der BAD gesehen hat und sich vorstellt, das ist das, alles war damals so im Wald und, äh, in der Natur. Also, das Bitterste daran war, glaube ich, für mich so ein bisschen, wie überhaupt über, über Filme gesprochen wird. Also, da hatte ich manchmal das Gefühl, dass da viel Frust vielleicht auch drinnen war über, ähm, die Art, wie Menschen, die Geld machen, über Filme vielleicht sprechen, aber so richtig bissig war das dann auch nicht und sollte es, glaube ich, nicht sein. Es ist ja doch dann ein weicher Film auch in der Darstellung der, des Filmemachens. Ja, stimmt, genau, diese, äh, ich weiß nicht, Überblendung, aber eben dieses, ähm, die Fantasie oder die Gedankenspiele, wie diese Filme denn aussehen könnten, äh, genau, das hat mich auch, fand ich auch wieder schön faszinierend, ähm, ja, und in dieser Szene wird dann auch wieder eine, eine Sache etabliert, die sehr lange noch so in der Schwebe gelassen wird, beziehungsweise dann relativ spät natürlich wieder aufgegriffen wird, ist das mit dem, äh, ja, hier Verlobung, äh, in Zürich, äh, ja, wo wohnt er denn, äh, Kaiserstraße und dann auch wieder so relativ belanglos, weil ich glaube sogar, kommt sogar halb aus dem Off der, der Produzent, der sagt, was, die Schweizer sind doch eine Altgenossenschaft, die hat nie einen Kaiser, eine Kaiserstraße und dann dieses, äh, dann springt Büffel ihr quasi bei und auch ich bin da so in dieser, in dieser Haltung, hm, meint er das jetzt ernst? Also, er hat sie, also andersrum, Büffel hat auf jeden Fall schon durchschaut, nee, irgendwas stimmt da nicht und Kaiserstraße ist auf jeden Fall ausgedacht, ähm, aber sagt er das jetzt, um sie, dass sie sich sozusagen nicht die Blöße gibt vor dieser ganzen Gesellschaft oder ist es auch noch so ein, er will sie damit noch persönlich so ein bisschen aufziehen? Ähm, er sagt dann, natürlich gibt's eine Kaiserstraße in, in Zürich, äh, ist halt mit Y und bla bla bla, glänzt da an und dort und, ähm, zeigt ja auch dann wieder so ein bisschen der Regisseur, der, äh, hier, wie wir sehr spät feststellen oder sehr spät wird es aufgelöst, bis dahin kann man es sehr gut vermuten, dass das auch, äh, nur eine Geschichte ist, wie sie eben Filmmenschen gerne erzählen, Geschichten ausgedachte. Es gibt diese Kaiserstraße nicht, beziehungsweise man müsste jetzt mal gucken, ob es mittlerweile eine gibt, ähm, und, ähm, dass sozusagen der Regisseur der einzige ist, der sich auskennt und wir feststellen müssen, ach so, die anderen wissen auch gar nicht, ob es diese Straße gibt, was jetzt nicht unbedingt, ähm, eine große, ein großes Herabblicken wäre auf die Produzenten im Sinne von, warum sollte man alle Straßen in Zürich kennen, ähm, aber ja doch so ein bisschen ist, der Regisseur, der weiß, wovon er spricht und, ähm, der Produzent hätte halt gerne einen Förster dabei, ne, oder was er da mal, äh, wieder anbringt. Ja, genau, und noch mal ganz kurz zurück zu dieser Szene im, äh, Atelier, beziehungsweise bei dir im Produktionsbüro, ich weiß nicht mehr genau, wie das gemacht war, der, der Büffel sagt hier, buchen Sie Karten oder sowas, ne, oder die, die Tickets für die Reise, oder die Unterkunft und die, die Assistentin fragt noch irgendwas, Büffel mit so einem ganz trockenen Spruch und dann fingen sie so an zu kichern oder so, was für mich irgendwie sehr unerwartet kam oder zumindest sehr auf den Punkt war und das war eine der ersten Szenen, wo ich, äh, laut lachen musste, auch wenn ich mich leider nicht mehr genau daran erinnern kann, was, was da gesagt wurde, aber das war so ein Moment, da ich so, ja, jetzt hat er mich wieder gekriegt hier, verdammt. Ja, ja, auch das wieder, du hattest, ne, das Thema Wohnung, äh, hier haben wir jetzt auch wieder eine große Wohnung und sehr, sehr vornehme Kleidung, was ja auch eben immer wieder aufgegriffen hat, haben wir schon gesagt, hier, ne, mit der, die Brille, um, äh, intelligenter oder belesener zu wirken und die Ohrringe, um hübscher zu sein und, äh, wenn dann später nochmal die Farbe lila, äh, ins Spiel gebracht wird, weit gegen Ende des Films von, ich weiß gar nicht mehr, war das die Mutter oder war das die, die Berner Senior sozusagen, die Dame mit ihrem lila Pudel und den lila Haaren? Ja, ich glaube, die Mutter, oder? Auf jeden Fall, Verwandtschaft. Ja, das war auch so ein Moment, das war fast so, ähm, ein Wow-Moment wie das Auto für mich, das hat auf jeden Fall seine Wirkung nicht verfehlt. Ja, und ich glaube, das war dann so, ich glaube, wenn sie dann mit dem Auto losfahren, wenn er sagt, ja, wir können sie ja mitnehmen hier nach Zürich, wir müssen nach St. sagen, Moritz, das war so der Moment, wo ich ganz langsam diese Autofahrt, wo ich dann begriffen habe, Moment mal, wahrscheinlich kommt sie doch nicht mit dem Berner zusammen, weil wir dafür ganz schön viel Zeit mit dem Büffel verbringen. Ähm, wann, wann bist du denn so auf die Fährte, auf die Fährte des Büffels gekommen oder war dir das schon, also, dir war es wahrscheinlich sowieso schon ganz grob noch klar von, von der ersten Begegnung mit dem Film, aber, ähm, hast du noch vielleicht eine schwache Erinnerung daran, wie das damals war? Hattest du dich vorher informiert? Wie geht's dir eigentlich aus? Äh, hab ich nicht. Ich bin da ganz, äh, blind wieder reingegangen und hab das nochmal so geschaut wie beim ersten Mal und ich konnte mich auch nicht großartig erinnern. Ich wusste nur, dass Christoph Walz in dem Remake auch den Büffel gespielt hat, deswegen dachte ich, der muss noch wichtig werden. Äh, und, äh, hab dann auch erst hinterher so richtig auf die Castlist geschaut, deswegen wusste ich auch nicht so richtig, wer ist jetzt eigentlich hier Bernhard Wicke und, äh, wie das so alles ist. Nein, aber für mich war der ausschlaggebende Punkt dann, wo ich dachte, ja, das war die Dynamik, äh, war, wo er ihr, da hilft mir der Straße in Zürich, äh, weil das, einerseits hat man schon diese Dynamik zwischen den beiden, dass sie sich nicht so richtig ausstehen können, was ja elementar ist für eine romantische Komödie und, äh, die Beziehung zu Berner wäre ja dann todlangweilig gewesen, wahrscheinlich, wenn die die ernsthaft verfolgt hätten. Und dann aber so diese, diesen Schritt von ihm, wo man sich, wie du ja auch schon angedeutet hast, fragt, was, was bezweckt er jetzt eigentlich damit? Also, auf mich wirkt es auch die meiste Zeit so, dass er selber nicht so richtig weiß, warum er das macht. Also, da ist einerseits so ein Drang drin, Kontrolle über sie zu haben und mit ihr zu spielen, da, äh, kommt wahrscheinlich auch der Regisseur durch, hab ich manchmal so ja, ich mein, er, er, er engagiert ja später selber einen Schauspieler, äh, um die Story weiter zu spinnen, was sie dann natürlich, äh, dann ihm wieder vor die Füße setzt. Viel, viel später ist sie, übernimmt dann auch Kontrolle über die Geschichte innerhalb der Geschichte, innerhalb der Geschichte mehr oder weniger. Und andererseits ist da aber auch so ein erstes Zeichen, dass dieser Büffel vielleicht doch sowas wie ein Herz hat, aber man weiß noch nicht genau, wie dieses Herz aussieht, weil er wirkt ja schon auch ein bisschen, ähm, miesmutig und auch arrogant und, äh, ja, sarkastisch. Also, das erinnert vielleicht auch so ein bisschen so an diese Mr. Darcy, Jane Austen Dynamik aus Stolz und Vorurteil oder so, dass da das Love Interest in der romantischen Komöde erstmal so ein herablassender Typ ist, ähm, der sein Gegenüber nicht so ganz ernst nimmt, aber vielleicht ein bisschen. Ich mein, sonst würde er ja auch nicht, ähm, das, das Drehbuch annehmen und das verfilmen wollen und alles drum und dran, aber er gibt ja sein Bestes, um den Anschein zu erwecken, dass er sie nicht so richtig wahrnimmt und das, äh, gehört ja, wie gesagt, auch so rum kommen dazu so ein bisschen. Also, da habe ich dann die Dynamik gesehen. Da kam alles zusammen, was auf, bei einer romantischen Komöde zusammenkommen muss. Also, ich habe zwischendurch mal auch überlegt, so, oh, das ist ja eigentlich schon ein ganz schöner Rucksack, den er dann da mit rumschleppen muss, äh, von der Geschichte her, so eben mit der, äh, er ist verwitwet, ähm, habe ich überlegt, ob mir das eigentlich so passt zu dem Ton des Films sonst, weil der ja durchaus eben ein bisschen leichter eigentlich ist, ähm, und, also ich glaube, so ganz habe ich das für mich nicht aufgedröselt bis jetzt, ähm, finde aber, dass es doch so insgesamt einigermaßen noch, äh, für mich nachvollziehbar schrägstich überzeugend über die Bühne geht, ähm, also, ja, wie, wie ist so dein Eindruck damit, dass er eben die, äh, tödlich verunglückte Ehefrau hat und eigentlich ein Witwer ist, ähm, ist das auch so ein, ein notwendiger Kniff, äh, einer Rom-Com oder ist das zu doll aufgetragen oder? Also, ich würde sagen, es ist schon so ein klassischer Rom-Com-Moment, also zum Beispiel, äh, hier, warte, Schlaflos in Seattle ist ja, glaube ich, mit der bekannteste Film, der aus den letzten, weiß nicht, wie viele Jahre sind's schon? Bestimmt schon über 30, oder? Äh, 30 Jahren, die das, äh, verwendet haben, so als Muster, ähm, aber auch, äh, zum Beispiel, ich musste sofort denken an Liam Neeson in Love, actually, wo er da, der, der Witwer ist mit dem kleinen, viel zu unerlebt, äh, unerlaubt süßen Sohn, äh, wo man sofort, wenn man ihn sieht, denkt, oh, das ist ja ein Süßer, ich hoffe, der findet dann nochmal eine Frau, so der Art, so intensiv ist das jetzt hier beim Bernhard-Wicki nicht, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, wenn man so eine, ähm, sage ich mal, auf den ersten Blick abstoßende Figur hat, die, dass man die ja irgendwie vielleicht auch menschlicher macht, ähm, und ich finde ihn schon erstmal abstoßend in dem Film, jetzt nicht in äußerlicher Hinsicht oder so, sondern einfach, weil er kommt mir halt wirklich wahnsinnig arrogant vor, und, äh, bei Jane Austen war das ja zum Beispiel dann auch so gemacht, dass der Mr. Darcy dann so hintenrum erstens, äh, da diese Geschichte mit seiner Schwester, glaube ich, hat, die ihn vermenschlicht und die irgendwie so ein tiefes Trauma, äh, ähm, dann auch so reinbringt und dann zeigt er dann noch über viele, viele Ecken, die man nicht mitbekommt, dass er doch irgendwie auch ein, ein menschlicher Mensch ist, äh, und hier hat man eben sofort diesen, diesen etwas, äh, arroganten Typen, der aber allein für seinen kleinen Sohn sorgen muss. Max, das muss einem doch als Herz geben. So klein ist er ja gar nicht mehr. Ähm, äh, ja, ja, also schon ein bisschen als Herz, aber genau, ich habe dann überlegt, so, ja, ist das dann, also genau, ich glaube, was ich, was, hm, ich vergrüble, wie ich das richtig in Worte fasse, meinen komischen Gedanken, also, dass sozusagen einerseits, ähm, dass das dann wieder so in Anführungszeichen vorgeschoben ist, dieses, naja, sie ist jetzt nur mit ihm zusammengekommen, weil sie so Mitleid hatte, weil er ja ein Alleinerziehender Papa ist und diese Tragik im Leben ertragen muss, so nicht dieses, er ist zwar manchmal ganz schön, kann ganz schön arrogant sein, aber er hat, äh, das Herz trotzdem am rechten Fleck und wenn man ihn ein bisschen kennenlernt und alle Wodka, äh, die Konjakflaschen zur Seite schiebt und ihm in die Augen schaut, dann, dann ist da auch, äh, äh, was, was zu erkennen, ein Gefühl und da kann man Verknüpfungen herstellen. Ich glaube, das ist das, wo ich so ein bisschen gegrübelt habe, wo ich immer dachte, na, mal gucken, wie sie das so, äh, über die Bühne bringen, diese Hintergrundgeschichte noch. Äh, ja, dann, ähm, ein weiterer Abstecher auf der Reise oder auf dem, dem langen Weg nach Zürich ist Heidelberg, äh, wo es dann auch wieder sehr verschiedene Verwicklungen und Entwicklungen gibt und, äh, auch da, ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsszene ist, aber es war so ein, auch für so ein sehr schöner Moment, der für mich aus dem Nichts kam und wo ich dann auch kurz überlegt habe, ist das was, was Regisseure oder Filmmenschen so erleben, wenn, wenn sie irgendwo in Hotels sind und die Leute dort wissen, dass die, äh, eben Drehbuchschreiber, Regisseure, Produzenten sind und auf sie zugehen und ihnen sagen, ja, machen sie nochmal Geschichte wie aus dem echten Leben, äh, die Geschichte schon wieder halb vergessen hier, der eine, der, äh, der Schwieger, nee, der Mann von seinen, Moment, nochmal, also, der, der zweite Mann von der ersten Frau, der, äh, irgendwie umgekommen ist und, äh, oder die Schwiegermutter ist umgekommen und, äh, der Leichenwagen, äh, hat dann die andere Person überfahren und, äh, so schlecht, wie ich das erzählt habe, war es auf jeden Fall schon nicht mehr lustig im Vergleich zu dem Moment im Film, wo ich so da saß zwischen, äh, was ist das gerade für eine Geschichte, die hier erzählt wird und vor allem, wie das so erzählt wird, äh, also, der, das war wieder so ein sehr schöner Moment, der mich total unterhalten hat, ähm, den es wahrscheinlich auch gar nicht gebraucht hätte, aber der dann auch natürlich wieder aufgegriffen wird in der Folge kurz, ähm, durch, äh, Lilo Pulver wenn sie dann weiter ihre fantastische Geschichte da erzählt, ähm, also, fand ich, das, das war, ist eine meiner, meiner Lieblingsszenen, äh, instant geworden in dem Moment, diese Erzählung von, ja, der zweite Mann meiner ersten Frau, weil ich auch darüber schon, ich hatte die, äh, geguckt die Szene, nee, ich muss nochmal zurückspulen, ich mach mal kurz die Untertitel an, ob ich das gerade richtig verstanden hab und dann, also dieses, ja, zweiter Mann, erste Frau, ah, ja, ja, das ist wieder wie, äh, bei, äh, die Indianer von eigentliche Major League, ähm, grüß deine Frau und meine Kinder, gefühlt ein Wegwerf-Gag eigentlich so, dieses, ne, es bringt jetzt die Story nicht voran, es ist eher so nochmal auch in einer Art ein Meta-Kommentar, eben dieses, ja, ihr Filmleute, ihr schreibt immer Geschichten, die sind völlig unrealistisch und total weg von deiner Wirklichkeit und dann kommt diese Geschichte mit, ja, da ist einer gestorben und mit dem Leichenwagen noch die, die zweite Person in der Familie überfahren, äh, ist diese Szene dir ebenso im Gedächtnis geblieben wie mir oder, äh, wie ging's dir damit? Ja, also ich, ich hätte das jetzt nicht mehr so genau wiedergeben können wie du, ich bin da beeindruckt auch, äh, von den Zitaten, die du dir merken kannst, ich finde da immer, ach, ist das, äh, da, eine Schwäche, äh, nein, aber die ganze Heidelberg-Sequenz oder die mehreren Sequenzen, die da aneinandergereiht werden in Heidelberg, fand ich doch, äh, sehr süß irgendwie, weil ich auch überhaupt die Idee mag, dass zwei Menschen, die sich eigentlich nicht so richtig mögen, erst mal, äh, auf ein Roadmovie geschickt werden und dann ist dann auch dieser Junge dazwischen so als Element des Chaos, der dann auch mittendrin irgendwie verschwindet und dann müssen sie ihn wiederfinden gemeinsam, was ja so ein bisschen antizipiert, wie dann die Beziehung zwischen den beiden auch am Ende durch den Jungen wieder zusammengeführt wird, weil er was im Wannsee beinahe ertrinkt, was dem so passieren kann. Kurz abgetaucht. Genau, und, äh, dass er da immer die Anrufen dann auch so als Mittler wirkt in der Beziehung, um sie wieder zusammenzubringen, natürlich aus ganz, äh, eigennützigen Gründen, weil er aus dem Internat raus will, was ich absolut verstehe und da ausgerechnet Heidelberg als zwischen, ähm, als, als Rastplatz irgendwie da zu finden, das kam auch sehr unerwartet und überhaupt finde ich die Aneinanderreihung von Städten irgendwie sehr schön, also man sieht jetzt nicht wahnsinnig viel von Berlin oder von Hamburg, von Hamburg glaube ich ein bisschen mehr als von Berlin, aber dann hatten wir erst diese Metropolen und dann kommt man da zu Heidelberg, was ich dunkel aus einem Familienurlaub von vor vielen Jahren in Erinnerung hatte, nämlich nur ein Bild davon, nämlich dieses Schloss oder diese Burg oder so, was da auf dem Gipfel ist, da oben über, über dem Fluss, was, ja, ich, äh, äh, hab das nicht mehr so genau in Erinnerung und dann hab ich das, äh, natürlich sofort wiedererkannt, als das in diesem, ähm, Film wiederkam und dann, es wird quasi vom ganz Großen, von der Metropole wird's immer kleiner, immer kleiner, bis wir dann in diesem ultrabeschaulichen, postkartenartigen, schon offensichtlich gemalten, äh, St. Moritz ankommen, was dann so die Idylle schlechthin sein soll, ähm, ja, die Beziehung insgesamt in dem Film von Großstadt und Land, äh, fand ich sowieso ganz faszinierend, also ich finde das auch schon irgendwie als, oder ich empfand das dann auch im Verlaufsinn oft so als ein, ja, vielleicht auch Abwatschen, äh, des Heimatfilms oder des Gedanken, dass die, die Städter sich ja unbedingt nach der Natur sehen müssen, ähm, weil am Ende wären sie ja dann doch wieder da glücklich, wo sie herkommen wahrscheinlich und Teidelberg sozusagen ist so das Zwischending noch Stadt, aber es wird schon langsam kleiner, es wird, ähm, uriger, vielleicht auch in diesem Hotel besonders, bis sie dann irgendwann in dieser vernebelten Bergküte landen. Ich überlege gerade, ähm, kann man sich wahrscheinlich auch mal nochmal gesonderte Gedanken machen, das Thema Wasser, ne, also Hamburg, äh, wird nicht nur, es wird immer wieder, die Außenaufnahmen sind immer wieder mit Wasser verbunden auf jeden Fall, also mit dem, ich weiß gar nicht, wie heißt es, es ist ja das Innenstadt-Ding da, ne, das ist ja in der Nähe vom Hauptbahnhof, ich, äh, als, als nur Teilzeitbesucher Hamburgs komme ich jetzt nicht darauf, wie diese, diese Ecke, ob das überhaupt die Alster ist oder, äh, Elbe. Die Innenalster, gibt's da nicht sowas? Äh, also man geht ja vom Hauptbahnhof, wenn man vom Hauptbahnhof zum, äh, Rathaus geht und dann da so nach rechts abbiegt, dann kommt man da hin, wo die da gedreht haben, bin ich relativ fest davon überzeugt und alle Hamburgerinnen und Hamburger werden gerade denen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ähm, 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 so, dann haben wir Heidelberg ist auch mit eben dem Neckar da, äh, assoziiert oder er wird so immer mal in Verbindung gebracht. Berlin, weiß ich jetzt, hab ich jetzt gerade nicht das Gefühl, dass da doch der Wannsee spielt dann ja die Rolle, klar. Und, äh, St. Moritz, da kann man sagen, Schnee und Schnee wird ja zu Wasser, wir haben den Nebel, der aufzieht, äh, das Wasser, was ja immer mal wieder gekocht werden muss. Wir haben in Berlin auch, ähm, das Wasser, was dem Patienten ja gegeben werden soll. Also da kann man, da kann man wahrscheinlich mit dem Wasseraspekt, äh, nochmal sehr viel hier in diesem Film, kann man mal gucken, wie das so verknüpft ist. Du hast gerade gesagt, du hast mich gerade nicht gehört, äh, welcher Teil fehlt so, oder wann war ich weg? Du hast gerade über Schnee gesprochen und dass es auch Wasser sein könnte. Aber ich glaube, so den Grundgedanken habe ich verstanden. Das war so der Schluss eben, der Nebel, äh, dann noch in St. Moritz, dass das ja auch Wasser ist und dann haben wir immer wieder Wasser hier mit dem anderen Zeug. Genau, also über Wasser kann man sich wahrscheinlich auch mal Gedanken machen, äh, was das so hier für, für Kreise, für Nebenarme zieht. Ähm, und bei Heidelberg, mein Gedanke ist, das ist doch da, wo Anatomie spielt, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Das kann sein. Das verbinde ich irgendwie mit Heidelberg ist Dings, aber wer weiß, ich kenne mich da so auf der Ecke nicht so gut aus. Äh, ja. Genau, aber dann kommen wir auch irgendwann mal so Richtung, nee, kommen wir immer noch nicht nach Züge, sondern nach St. Moritz. Und St. Moritz, ähm, auch da war wieder so dieser Überraschungsmoment, das Auto in, in Hamburg, der, der, ich weiß gar nicht, ob das der Hotelangestellte war, der, 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 der Kollege, der da die Geschichte erzählt. Und in St. Moritz ist es dann die amerikanische Bekanntschaft, die Dame. Und wie dann auch, auch das behaupte ich wieder, ist so ein, äh, Keutner Trademark, äh, wir wechseln einfach mal die Sprache und die unterhalten sich einfach so ein bisschen. Äh, und auch da wieder ganz wenige, aber so wundervolle Zeilen. Äh, die Amerikanerin fragt dann so gegen Ende der Einszene irgendwie was und er antwortet auf Deutsch, ja, sie ist einfach, äh, wundervoll und ganz toll und hübsch. Und die Amerikanerin sagt, äh, I didn't get that. Und dann meinte er, er war auch auf Deutsch. Und kann man nicht übersetzen, war nämlich ein Monolog. Was auch wieder so, ja, äh, kann man natürlich so sich irgendwie entfernt vorstellen in der Realität. Aber natürlich ist es auch ganz klar an uns gerichtet, die jetzt hier zuschauen und irgendwie auch ein bisschen wissen, wie ein, ein Film oder wie ein, ein Stück funktioniert. Und dass eben der Monolog was ist, wo die, wo eine Figur sich vielleicht ihrer Gefühle klar wird oder eben Sachen nochmal zusammenfasst, damit eben auch das Publikum nochmal genau weiß, okay, jetzt stehen wir an dieser Stelle. Äh, und diese Stelle ist jetzt hier kurz bevor es hinabgeht, äh, die Abfahrt, äh, auf uns wartet. Äh, also das fand ich auch wieder so einen total tollen Moment mit dieser Amerikanerin, äh, wie dann eben mal so ganz, ganz nonchalant oder nee, wie, wie so völlig mühelos, mühelos, äh, ins Englische gewechselt wird. Es durchaus kein Nachteil ist, wenn man die paar Worte versteht, die da gesagt werden. Ähm, aber wie auch der Abwürfel finde ich mit so ein paar Worten toll auch wieder charakterisiert wird in seinem Verhalten. Ja, ich musste da ehrlich gesagt die ganze Zeit an, äh, Ruben Östlons Film Höhere Gewalt, denken, wo die, hast du den gesehen? Ich überlege, ob ich ihn komplett gesehen habe, aber mindestens so, wenn die Lawine losgeht, äh, das weiß ich. Genau, genau, weil, muss ich ehrlich gesagt immer dran denken, wenn Menschen so in so einer Berglandschaft chillen, also so wirklich gar nicht dran denken, solch, dass sie da in den, zwischen den Gewalten der Natur sitzen mit ihren, äh, verspiegelten Sonnenbrillen in der Sonne, ähm, und dann ging mein erster Gedanke dahin. Was würde Büffel in dieser Situation tun? Wen würde er retten oder würde er nur sich selbst retten und wie geht die Geschichte dann weiter? Büffel würde irgend so ein, sehr krass, also die würden auf der Terrasse sitzen und während alle anderen weglaufen, würde er wahrscheinlich total ruhig da sitzen und einen Kaffee trinken und, naja, ich hab's ja gewusst, irgendwann muss das so kommen oder irgendwie so. Ja, die Filme, die man so denkt, ja. Nee, aber, also, ähm, genau, nochmal vielleicht ganz konkret so dieses, wenn, wenn er das dann hat, wenn die, äh, sie, sie fragt ihn was hier auf Englisch und er dann so auf Deutsch antwortet, was hat das mit dir so gemacht in dem Moment? Nein, also ich, äh, also für mich war das auch so Classic-Käutner irgendwie, dass die Dialoge auch so verspielt mit dem Sprachbarrieren umgehen. Gleichzeitig hat es mich nur wieder in dem Glauben bestärkt, dass Büffel ein unglaublich arroganter Typ ist, so wie er mit dieser Frau spricht. Er redet ja anscheinend mit fast allen irgendwie so von oben herab, zumindest, wenn es Frauen sind, aber er hat eben auch so eine extreme Distanzierung, also dadurch kommt er gleichzeitig wieder, finde ich, näher an uns heran. Also er begegnet, ähm, allen, die, oder vielen, die ihn etwas bedeuten, mit Sarkasmus, insbesondere natürlich seiner Hauptdarstellerin, beziehungsweise Drehbuchautorin, ähm, und ist dann aber gleichzeitig sowas wie der Keutner Ersatzerzähler, der so die Geschichte kommentiert und da auch so ein bisschen so die Frage stellt, äh, na wie geht denn das jetzt hier mit diesen beiden weiter? Ähm, kommt sie irgendwann auf den Trichter, dass diese Verliebtheit in den Berner daneben ist und nirgendwo hinführt und dass ich doch hier eigentlich der Bessere bin? Also es spricht er natürlich nicht genau so aus, aber dadurch wirkt er auf mich, gerade auch in diesem Dialog mit, oder eben Monolog, ähm, mit der Amerikanerin, wirkt er auf mich schon wie so ein Ersatzerzähler. Ähm, wir haben Keutner nicht direkt als Erzähler, aber wir haben quasi Büffel als Kommentator des Geschehens. Ja. Naja. Ist ja vielleicht auch mal ein guter Zeitpunkt, äh, das ist ja jetzt so der Moment, wo dann Berner mal wieder in die Geschichte kommt, äh, physisch, ähm, dass wir uns vielleicht dem mal ein bisschen widmen. Ich hatte nachher irgendwann das Gefühl, äh, oder ich hab mir die Frage gestellt, ähm, sie sind dann allein in der romantischen Berghütte und es zieht Nebel auf und sie können nicht mehr raus und sind alleine zu zweit, äh, unsere Juliane und der Berner. Und, äh, sie macht auch immer wieder Avancen und so ein bisschen macht er das eigentlich auch, zumindest noch, wo sie nicht in der Hütte sind, auch wenn so, äh, ihr zeigt, wo die in die Hütte ist und sie sich ganz nahe kommen. Und dann ist er aber so gentlemanlike zurückhaltend, mag er sie nicht, aber steht auf Frauen, ist er komplett asexuell, was dann so hinten raus irgendwie dann mal im Film gesagt wird, dass er so ein Heiliger wäre oder ist er der größte Betrüger aller Zeiten und tut immer nur so, als wäre er eben der old gentleman. Ähm, und ich konnte, ich bin mir bis zum Schluss nicht sicher, ist es wirklich, er mag jetzt konkret Juliane Thomas nicht so, ähm, steht aber auf Frauen, er ist tatsächlich, warum auch immer, äh, eine asexuelle Figur letztlich, ähm, oder ist er tatsächlich schwul? Was, äh, haben, was hat deine Ermittlungen da so ergeben, wie, wie sind so die, die, ähm, naja, nicht unbedingt die sexuellen Präferenzen, das wäre vielleicht ein bisschen sehr intim bei ihm, äh, aber was ist so sein, wie, wie hast du ihn dir so zurechtgeordnet? Was, was war dein, was blieb auf deinem Ermittlungszettel am Ende stehen bei Dr. Jean Berner? Also beim Berner stand am Ende auf meinem Ermittlungszettel, dass er ein People Pleasure ist, äh, jemand, der anderen nicht sagen kann, wenn er genug hat, der sie in irgendeiner Form glücklich machen will, der vielleicht auch, ähm, Probleme damit hat, überhaupt sich oder eine klare Trennung, ähm, irgendwie, äh, zwischen Menschen oder zwischen sich und anderen Menschen irgendwie zu ziehen, also es kommt mir so vor, als würde er so Menschen sammeln, die dann irgendwie an seiner Seite sind und er hat meiner Meinung nach kein tieferes Interesse an unserer Heldin oder so, aber er geht so einfach mit, damit er was jemanden hat, äh, ich glaube, er wäre auch einfach so auf diese Berghütte gegangen und hätte einen glücklichen Abend verbracht, äh, das war ja anscheinend sein Ziel, das allein zu machen und, ähm, ja, ich hab nicht das Gefühl, dass er tiefer über irgendwas reflektiert, was um ihn herum passiert, er wirkt auf mich manchmal wie so ein, äh, wie so eine Hülle, die da durchgeschoben wird und an anderen Stellen dann wieder wie jemand, der sich freut, dass andere Menschen Zeit mit ihm verbringen und darüber hinaus keine tieferen Gedanken hegt über irgendwas. Naja, also ich meine, er ist ja Arzt, ich weiß nicht mehr, ich bin mir nicht, ich glaube nicht, dass irgendwie nochmal ganz konkret gesagt wird, welche Spezialisierung, Fachrichtung er ist, aber da kommt mir auch wieder dieser Gedanke, naja, also er kommt Menschen körperlich auf jeden Fall in seinem Beruf ja sehr nahe, ne, als Arzt muss man die ja mal anfassen, behandeln, sonst wie, ähm, aber so auf der emotionalen Ebene, ich überlege auch gerade dieses, dieses Gästebuch, was er in seiner Hütte hat, ich hoffe, dass er, ja, das kenne nicht so aus dem Restaurant oder irgendwie, ne, wo man das reinschreiben kann, wir waren hier und so, oder das Gipfelbuch eben, aber so in der eigenen Hütte, wo ich so denke, ja, und wem zeigst du das dann, oder warum zeigst du das dann eben Leuten und was du hier gerade sagst, so People Pleaser, dass er eben, dass vielleicht so seine Erfüllung ist hier, jede Menge Menschen kennen, die einzigen Frauen, die ihm nahe zu sein scheinen, oder ist da mal so inzwischen durch mein Eindruck, wenn er dann seinen kaputten Fuß hat, das ist dann seine Schwester da, die sehr bestimmenden Eindruck macht auf mich in den kurzen Momenten und eben die Mutter und es ist so eine ganz komische Entwicklung, die er da für mich irgendwie nimmt und dann ist, glaube ich, auch einer der letzten Sätze, wenn Juliane sich dann in seiner Praxis von ihm verabschiedet, dann sagt er, dann sagte sie sowas wie, ja, du bist wirklich ein Heiliger oder sowas und dann sagt er grob sinngemäß eben, ja, jetzt stell dir mal vor, wie schwer das ist, wenn man eigentlich nur ein Mensch sein will oder irgendwie so, also wo, so ganz kurz blitzt da irgendwie, ich weiß nicht, ob Tragik oder Mitgefühl für ihn so auf, aus meiner, von meiner Seite, aber es war so ein, ich kriege dich nicht Entschlüsseltyp, also ich, ich werde nicht ganz schlau so daraus, ähm, ist irgendwie, hm. Ja, wenn man das weiterdenkt, was du über die Beziehung zu seinen, seiner Mutter und seiner Schwester gesagt hast, dann braucht er vielleicht, oder dann betrachtet er sie vielleicht auch einfach als eine weitere Frau, die ihm eine Richtung gibt und deswegen lässt er sich auf diese nicht wirkliche Beziehung ein, also das könnte man natürlich auch so interpretieren, ich meine, diesen Gedanken mit dem Heiligen, den finde ich schon spannend, weil der Büffel ja in jeder Hinsicht das Gegenteil ist, der ist irgendwie auch so ein bisschen durcheinander so, von der ganzen Aufmachung, während er so geschniegelt ist und er sagt oft auch verschlüsselt, aber immerhin, was er denkt und ist sehr barsch, während der Berner da eben sehr ausgleichend und nett und weich und so ist vielleicht auch durch die Frauen in seinem Leben irgendwie so dazu gemacht, ne, dass er sagt, wie sehr, ähm, und dominant ist, äh, sehr darauf aus, dass jemand ihm sagt, wo es lang geht, wenn man so will, weil sonst, finde ich, ist das eher eine Figur mit lauter Ansätzen, die aber nicht wirklich in irgendeiner Form entwickelt werden in dem Film, also man hat da diese kurzen Blitze, wo man mal ihn besser beleuchtet sieht und kurz Einblick erhält, wie er vielleicht ticken könnte, aber dann, äh, geht's natürlich gleich weiter, weil er, ja, am Ende auch nur eine Nebenfigur ist. Ja, das hab ich auch grad noch so überlegt, dieses, na, vielleicht hat, steckt da noch viel mehr drin, aber es ist auf jeden Fall nicht in dem Film oder, ähm, vielleicht ist ihm auch nicht mehr eingefallen als, ja, wir machen ihn mal so ein bisschen rätselhaft oder zumindest für den Max im Jahre 2023, der damit nicht klarkommt und, äh, vielmehr haben wir uns eigentlich gar nicht dabei gedacht, wir müssen ihn nur irgendwie so hinkriegen, dass, äh, da eben nicht die Liebesbeziehung entsteht am Ende, äh, warum auch immer eben. Aber, ja, also die, die länger ich eben so jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht hab, desto merkwürdiger erscheint mir das oder desto nachdenkenswerter, ähm, dieser Jean Berner, dieser Arzt, der, auch das war noch, ähm, Abteilung überraschende Gefährte und, und Fahrmöglichkeiten, wenn dann dieser, naja, ist das noch ein Rollstuhl, ist das schon ein, ein transportables Bett, äh, von Großvater Berner rausgeholt wird von den Kindern, äh, auch das wieder ein Gefährt, mit dem ich A nie gerechnet hätte und das da völlig überraschend kommt in dem Moment, ähm, und ja, was, was so seine, äh, er ist dann quasi an die Familie gefesselt durch dieses Ding ja irgendwie theoretisch auch, was vielleicht auch schon wieder sehr weit greift in so einer romantischen Komödie, aber das war wieder so ein Gefährt, mit dem ich nicht gerechnet hab, es konnte nicht, kann nicht ganz mit dem Auto von, von Jürgen mithalten, aber, äh, es hat sein, dieser Film hat sehr viele interessante Gefährte, womit ich vorher nie gerechnet hätte, dass das, äh, hier eine Rolle spielen könnte. Ja, es hat ja auch sowas von so einem mittelalterlichen Folterinstrument hier, also, und, äh, das passt ja auch zu seiner Familie, die so verstockt und konservativ und kalt und aus einer anderen Zeit zu sein scheint auch, also, wenn das kein Warnzeichen ist, dass man vor ihm, äh, 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 ausreisen sollte, was dann? Also, wirklich auch gerade mit der, mit der Mutter von ihm hier, die, weil du sagst nur mit einsam oder, für mich ist so ein bisschen konservativ und die Mutter, die ja auch sehr einsam zu sein scheint und dann, äh, äh, eine, ein Glas nach dem anderen hebt im Zwiegespräch mit Juliane, die dann auch aussteigt, äh, also, das ist auch da sicher vielleicht andere, äh, Sachen offenbaren, wenn man darüber nachdenkt, warum fängt sie eigentlich, warum trinkt sie eigentlich so viel, was ist da eigentlich der Hintergrund dessen, äh, äh, ja, was mir zu der St. Moritz-Sequenz, um jetzt einfach wieder so einen schönen Sprung zu machen, noch wieder einfällt, auch da geht es ja nachher wieder um, äh, sehen und gesehen werden, ähm, weil Juliane natürlich gar keine Skikleidung dabei hat, kriegt sie von der, ich weiß gar nicht, von der Frau von der Pension da, kriegt sie ja dann die Kleidung, die ihr viel zu groß ist und, äh, sie hat quasi keine Arsch in der Hose, mal ganz salopp gesagt und, äh, wenn dann Berner auftaucht, kauft sie, wie wird das irgendwie gesagt, so, die, die, den schönsten Skianzug, äh, von ganz St. Moritz oder den teuersten auf jeden Fall, äh, und wie sie da auch dann plötzlich ihre Meinung wechselt, wollen wir nicht die letzten paar Schritte gehen, was die vorher noch, äh, ganz doll abgelehnt hat, auch die letzten fünf, äh, die, die kurzen fünf Meter, bitte unbedingt mit dem Autofahren, nicht, dass jemand sieht, äh, was sie da für einen Kartoffelsack sozusagen umhängen hat, ähm, also auch da kommt wieder so, dass, das Thema Kleidung, äh, Äußerlichkeiten, äh, sich, sich rausputzen quasi nochmal auf den Tisch, wie eben wie vorher schon mit den Ohrringen und den, äh, Ballkleidern und Anzügen und sowas, ja. Ja, die Farbe, die hat mich dann auch, ähm, im Nachhinein an die Mutter erinnert oder zumindest die ältere Frau mit dem, mit den lila Haaren und dem lila Hund, was ich immer mit, äh, ehrlich gesagt mit, äh, der Frau Honecker assoziiert habe, ich dachte, sie hat das damals erst in Mode gebracht zumindest in der DDR, aber vielleicht kam die DDR auch einfach dann 20 Jahre später auf den Trichter, wie man die Haare zu tragen hat als ältere Frau, ähm, nein, aber weil, weil die, vielleicht zu den Farben, weil die, ähm, Juliane trägt ja überwiegend eigentlich Grüne in dem Film, das ist ihre Farbe in diesem Film und dann ist das dazwischen immer mal so unterbrochen von so einem, ähm, schäbigen Braun, würde ich sagen, ihr, ihr Skianzug, den sie zuerst bekommt, der passt ja da auch so rein, aber dann kriegt sie diesen, diesen fast lila, leuchtenden, ultra teuren Skianzug, der auch nicht sonderlich warm oder praktikabel aussieht, aber das ist, steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt, was mich dann, oder was, was, wo ich dann das Gefühl hatte, es verbiegt sie, sie verbiegt sich für ihn auch, äh, auch farblich gesehen, das ist, es steht ihr natürlich alles ganz wunderbar, aber sie wirkt, als wäre sie nicht mehr in ihrem Element, als wäre sie, würde sie so tun, als wäre sie jemand anders für ihn, ähm, was sie ja auch macht, indem sie auch so viel Geld dafür ausgibt und dann, ähm, nach dieser ganzen Aktion da in dem, in der Berghütte, die ich, äh, wirklich, ähm, sehr, sehr schön fand, auch wenn natürlich dann der Büffel dazukommt und sie dann quasi zu dritt in dem, in dem Heubett oder was weiß ich, äh, Strohbett, ich weiß nicht, wie man das nennt, dann da liegen, aber danach kehrt sie dann nach und nach wieder zu ihrem Grün zurück, zu ihrem Eigentlichen, also je mehr sie sich dann auch wieder dem Büffel zuwendet, da kommt sie wieder sozusagen zu sich selbst. Ja, interessant, ja, habe ich gar nicht, noch nicht so drüber nachgedacht mit den Formulieren, auch nicht so drauf geachtet, tatsächlich war eher so ein, naja, jetzt wird sie ein bisschen extravaganter, jetzt ist es in Anführungszeichen wieder ein bisschen normaler, ah ja, interessant, hm, ja und dieses Bett, äh, das fand ich auch, es ist in dieser Hütte von Berner oben auf dem Hügel, da wird dann einmal die Tür aufgemacht und man guckt so ganz kurz rein und da habe ich gedacht, ach so, da liegt nur Stroh und mehr ist da gar nicht und dann ist dann das nächste Mal die Tür aufgemacht, okay, wir haben zumindest Bettzeug und so, ähm, ist vielleicht nicht das Bequemste aller Zeiten, aber es ist nicht nur das Stroh, wo man da jetzt dann liegt und, äh, mal kurz das Auge zumacht, aber wahrscheinlich sehr unruhige Nacht verbringt, äh, ja, ähm, wenig überraschend gibt es am Ende, äh, innerhalb dieses Films gar keine Verlobung in Zürich, so wirklich, ähm, da muss ich jetzt mal hier alle, äh, Erwartungen komplett enttäuschen, wäre das bisher immer noch gehofft, hat, äh, stattdessen gehen ja die Verwicklungen immer weiter und weiter und irgendwann werden sie dann entwickelt und, äh, du hast ja auch schon gesagt, es werden sogar Schauspieler angeheuert, die dem, die das Spiel nochmal ein bisschen anheizen sollen, ähm, ich überlege gerade, weil du jetzt auch gerade bei den Farben warst, am Schluss, äh, der Vorführraum ist auch rot, oder? Ja, sie beide sind rot, also das, der, der Büffel ist überwiegend schwarz gekleidet in dem Film und dann gibt es kurz vor Schluss schon so einen ersten Moment, wo er ihre Farbe annimmt und das ist der, wenn der Junge angerufen hat und zu Hause krank liegt und sie sich beide um ihn kümmern müssen, also so diese, dieses Zusammenkommen im, im, der Besorgnis auch über den Jungen, äh, führt sie dann, das führt sie dann auch in ihrer Beziehung irgendwie einen Schritt weiter und da trägt er dann eine grüne Weste und sie hat so einen hellgrünen, hellgrünen Strickjacke oder, oder Pulli oder irgendwie sowas an und da dachte ich gleich, oh, das kann kein Zufall sein und dann im Finale, ähm, da tragen sie dann beide rot sozusagen, äh, da ist dann wieder die Farbe vom Anfang von diesem Plattenspieler, das schöne Rot ist dann am Ende wieder da, wenn sie quasi ihr Happy End, äh, zusammen feiern, ähm, also bevor sie dann bei der Filmpremiere sind, da tragen sie natürlich, äh, passende Kleidung zu einer Filmpremiere, aber in diesen, in dieser Kinosaal-Sequenz, wo sie sich mehr oder weniger ihre Liebe endlich gestehen, da, da kommen sie auch farblich überein in ihrer Romantik. Ja, genau und vorher ist sie ja mit dem, es ist für mich jetzt gerade noch, ist nicht ganz die Ebene, aber mit dem Sohn von ihm ist sie ja dann auch einmal, äh, in sync, ähm, wenn sie da beide den Kopfschmuck tragen, äh, da sind sie sich ja schon sehr ähnlich, ähm, ja. Ja, ich würde auch so in Richtung Ende jetzt nochmal so hüpfen, wenn wir dann zum Dreh des Films, äh, kommen, wenn es sozusagen sowohl unsere Filmgeschichte zum Abschluss kommt, äh, als auch im Film endlich der Dreh ja losgehen kann und sich erste, ähm, Szenen angeguckt werden können oder erste Fassungen angeguckt werden, äh, äh, wenn dann auch eben Helmut Keutner seinen Auftritt hat, äh, es ist relativ kurz, äh, was heißt relativ kurz, ich meine, ich überlege gerade im Vergleich zum Beispiel mit, äh, Monti ist er ja eigentlich auch nur am Anfang da mal für eine gefühlte Minute und, äh, sagt seine Sätze auf, äh, sehr humorig bei, gut, dass du den vorhin erwähnt hattest, Roman Zinn-Moll, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ich habe doch noch irgendeinen gesehen, wo er doch auch nochmal mitspielt oder so und da macht er ja auch so eine, ähm, äh, doppelbödige Meta, äh, Rolle, ähm, ähm, und hier ist es ja auch, hier ist es eben nur ein Satz oder zwei Sätze, die er dann sagt und das ist eben, er ist ein Reporter, der so halb am Set ist oder gefragt, ob er den Regisseur sprechen kann und, ähm, dann sagt er so, ja, ich halte ja nichts davon, dass Regisseure in ihren eigenen Filmen mitspielen und, äh, eben auch mit sehr großem Augenzwinkern in diesem Moment, weil natürlich er ganz konkret hier in seinem eigenen Film mitspielt, weil in dem Film im Film der Regisseur im Film mitspielt und, äh, wenn wir dann alle diese Meta-Ebenen durchdrogen haben und ein bisschen auf den Schenkel geklatscht haben, also es ist ein relativ, ich weiß nicht, aber ist das ein platter Gag, aber er ist halt wieder so gut rübergebracht, schön, ja, äh, aber ich finde ihn trotzdem wieder, ne, ein Gag kann ja platt und ausgelutscht sein, aber wenn man ihn eben richtig rüberbringt oder gut rüberbringt, dann funktioniert das dennoch und, ähm, dementsprechend sage ich, das war ein guter, platter Gag, denn er hat für mich immer noch funktioniert an der Stelle. Ja, ich, ich habe mich ja gefragt, wie bekannt war Helmut Kolt, ne, für einen Durchschnittszuschauenden im Jahr 1957, äh, weil ich kann die Frage nicht beantworten, keine Ahnung, also wenn man andere Filme von ihm gesehen hat, dann wird er einem sicherlich dann irgendwann bekannt vorkommen und man merkt sich ihn als Namen, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen Ausdruck davon, dass er zu diesem Zeitpunkt sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, also er hat ja den, den Hauptmann von Köpenick vorher gedreht, der hat ja auch international für Aufsehen gesorgt und mehrere Hits hintereinander gehabt und war quasi auf, auch auf dem finanziellen Höhepunkt, äh, kritischen Höhepunkt, wenn man so will, was so die Rezeption seiner Filme angeht, auch international, zumindest den einen oder den anderen, die wurden sicherlich alle, ähm, international rezipiert groß, ähm, aber er konnte sich das leisten, sich da selber auch in die Filme hinein zu pflanzen und dann so ein Gag zu machen, äh, und das passt ja auch in diesem Kontext, äh, es ist ja eine romantische Komödie, da kann man sowas ja mal machen. In Montpetit hätte der Witz so als solches, glaube ich, nicht so gut funktioniert, da hat er schon eine bessere Integration für sich gefunden, dass er da wirklich den Erzähler gibt und uns da in diese tragische Geschichte hineinführt, die er uns dann da in Paris erzählen möchte und da sitzt er ja auch, glaube ich, irgendwie in einem Café oder so am Anfang, wenn man ihn da zum ersten Mal sieht, ganz leger, wie als hätte man da irgendjemanden in Paris getroffen, der einem da diese Geschichte jetzt erzählt und hier ist es ja schon sehr, finde ich, nicht elegant gelöst, wie er da so reinspringt in den Film und ach ja, ich bin jetzt hier der Reporter, hier ist mein Gag und jetzt bin ich wieder weg. Ja, er darf doch nicht mal mehr, also das sehen wir gar nicht mehr, wie er den Regisseur interviewt oder was auch immer er dann da am Set macht, beziehungsweise Atelier, wie es damals noch hieß und ja, da treffen sie eben, wie schon gesagt, ja eben Realität und Wirklichkeit treffen sich, oh, denken wir alle mal, Fakt und Fiktion treffen da aufeinander, weil es ja, hatte ich ja vorher schon mal gesagt, die, ja, direkt wieder vergessen, Realfilm, Ne, doch, Realfilm waren die echten, also in der Realität in Hamburg befindlichen Studios, ne, und die Famosa, Famosa Film, ne, und dann sagt sie ja, und dann sieht man auch, glaube ich, irgendwo nochmal dieses Realfilm Studios, also es wurde in echt, der Film, die Zürcher Verlobung, wurde in den Realfilm Studios in Hamburg gedreht und in diesem Film wird auch in einem Studio gedreht und nach meinem Verständnis ist das natürlich dieses Realfilm Studio und dann haben wir, wie gesagt, auch nochmal den Rückgriff auf die Anfangsszene mit der Zahnarzt-OP-Nummer, mit dem, wie entfernt man eigentlich einen Weisheitszahn, medizinisch ordentlich, kommt gerade so ein bisschen persönliche Verbindung, weil hier in der näheren Bekanntschaft, Verwandtschaft hatte jemand vergangenes Jahr Weisheitszahn-OPs und gleich alle vier, ähm, deswegen war das, war der Anblick dessen so eine Überlegung bei mir, na, ich glaube, so ist es nicht abgelaufen, äh, ähm, ja, genau, also da wird das wieder schön verbunden, so die, der Filmdreh im Filmdreh und ich, es hat eine ganz, ich kann das nicht genau, ich kann nicht den Finger genau darauf legen, was das für eine Wirkung auf mich hatte, aber diese Kulissen zu sehen und dann ist nochmal der, der schauspielende Schauspieler da nochmal ein Moment und dann wird diese Kulisse weggetragen oder die, die, äh, Hintergrundszenerie, das, das Matte-Painting quasi, äh, wo ist ja gar nichts, das Matte-Painting ist ja einfach nur die, die Hintergrund, das Diorama oder wie auch immer man das so nennt, äh, der vermutlich Hamburg oder eben Berlin wird dann so da weggetragen und wir sehen dann den, das Zahnarztzimmer plötzlich aus einer anderen Perspektive, ähm, bei mir löst das irgendwie was aus, so dieses nachdenken über, wie macht man ja eigentlich Filme, werden eigentlich Filme gedreht und hier wird also ein Film in einem Film gedreht, das, ähm, finde ich immer so ganz persönlich einfach faszinierend, also da, da kriegt mich das sowieso immer auch völlig unabhängig davon, worum es jetzt da gehen würde, ähm, weiß nicht, ob du da irgendwie ähnliche, ähm, Regungen verspürst, wenn du siehst, oh, hier wird ein Film gedreht in einem Film und so. Ja, finde ich schon immer interessant, weil dann auch immer spannend ist, wie wird das erklärt, dass man das sieht, welche Funktion nimmt das jetzt eigentlich in dem Film ein, dass man ein Filmset sieht, weil das ja immer auch so die Gratwanderung ist, inwiefern man vielleicht den Zauber zerstört, den man hier gerade, ähm, quasi aufgebaut hat, das, äh, also wir haben hier ja wenig vorher, äh, dieses aufgemalte St. Moritz zum Beispiel gesehen, ähm, was ich mir jetzt wirklich so vorstelle, ich war noch nie in St. Moritz, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Bild von St. Moritz gesehen habe, ich kenne das nur so eben, das ist St. Moritz, da fahren reiche Menschen hin und da haben Spaß, ähm, und, äh, es wird jetzt auf ewig, äh, dieses Bild sein, vor allem dieses nächtliche St. Moritz, was da so wunderschön aussah, wie aus so einem Märchenfilm oder so, ähm, und das ist natürlich immer so, dann die Gefahr, die man da vielleicht auch, äh, in Kauf nimmt, dass dieser Zauber zerstört wird, weil, wenn man jetzt ein aufgeweckter Zuschauer ist, dann denkt man ja, hm, da im Hintergrund, dass, so machen die das also, dass es so aussieht, als wäre da eine Landschaft, wie ist das jetzt eigentlich gewesen im ganzen Film, den ich gerade gesehen habe, waren die eigentlich wirklich in Hamburg und ist dieses St. Moritz eigentlich echt, was ich da gesehen habe? Das ist hier jetzt, glaube ich, kein, kein Risiko, was hier irgendwie eingegangen wird, weil der Film ja von Anfang an damit spielt, also wie schon am Anfang erwähnt, mit dieser Platte, die da aufge, ähm, legt wird und gespielt wird und die gleich dir zeigt, dass du, ähm, in einem Film bist, der sich seiner selbst sehr bewusst ist, ähm, da ist das hier am Ende eigentlich der logische Schluss, aber ich fand's trotzdem spannend, dass das quasi dem Happy End gegenüber gestellt wird oder direkt neben das Happy End gestellt wird, weil ein Happy End ja schon sehr viel Glauben auch vom Zuschauer so abverlangt, ne? Man muss dran glauben, dass das jetzt erstens die richtige Entscheidung ist für die Lilo, beziehungsweise Juliane oder wie sie heißt in dem Film, ähm, und man muss dran glauben, dass es jetzt stimmig ist und so, das ist schon ein großer Glaubensakt, gerade in Rom-Coms, wo Menschen eigentlich nicht zusammenpassen erst mal, muss man dran glauben, ja, das wird schon diese beiden, die, die werden mindestens fünf Minuten nach dem Abspann noch zusammen sein und vielleicht sogar bis an ihr Lebensende. So, und dann setzt du dem aber gleichzeitig so einen offensichtigen Blick hinter die Kulissen, äh, nebenan, wo man nochmal darin erinnert wird, wie konstruiert das alles ist, was man jetzt eigentlich gesehen hat. Und dann sitzen die am Ende auch noch bei der Premiere ihres eigenen Films, der ihre Lebens-, Lebens- und Liebesgeschichte so ein bisschen auch erzählt. Ähm, das fand ich dann schon, ja, nicht gewagt, aber es kam mir vor wie so ein Zaubertrick, wo jemand, der ein Meister seines Faches ist, dir zeigt, was er sich alles leisten kann und du nimmst es ihm trotzdem ab oder du kaufst es ihm trotzdem ab. Weißt du, also er kann dir zeigen, wie das alles funktioniert und am Ende wirst du trotzdem glücklich mit dem Happy End. So, kannst du das nachvollziehen? Ja, ja. Ja, für mich funktioniert es auch. Das Zaubertrick und das Ende. Ich komme gerade irgendwie, habe gerade diesen Gedanken, wie wir dann als Zuschauer wieder Leuten zuschauen, die etwas sich anschauen, ähm, was mich, glaube ich, aufgefrischt durch irgendwann Ende letzten Jahres oder irgendwann letztes Jahr hatte ich Bodydouble geguckt und, ähm, Brian De Palma sehe ich seitdem nur noch eben als dieses, oder ich muss ständig dieses jemandem zuschauen, wer jemand zuschaut, wer, wie irgendjemand irgendwas anschaut oder so, also dieses, äh, jemand blickt und blickt und blickt und blickt und wo gucken wir hier eigentlich hin? Ähm, aber, äh, auf jeden Fall wieder eine gute Beobachtung deinerseits, ähm, dieses, ähm, Aber hast du denen denn das Happy End abgenommen? Also du hast ja gesagt, es hat für dich irgendwie auch funktioniert, aber nach all dem, was passiert ist, glaubst du, dass die eine Beziehung führen können? Klingt seltsam, ist so ein bisschen wie Fanfiction nach dem Film, aber das ist natürlich so die erste Frage, die mir zumindest immer in den Kopf schießt, wenn ich eine romantische Kumölde anschaue, wie, wie viel Zeit gebe ich ihnen? Bis zum nächsten Drehbuch, ähm, doch, ich glaube schon, dass da was sein kann, ähm, oder dass da auch etwas ist, so zwischen den beiden, ich würde allerdings auch irgendwie, oder habe auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, ja, jetzt zum Schluss, mhm, das, das Ende an sich so ist für mich vom Filmischen her nachvollziehbar, aber es wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, überstürzt, ob das der richtige Begriff ist, aber vielleicht so dieses, dass es genau in diesem Moment dann passiert, ich meine, es ist ja schon auf eine Art und Weise dann, er öffnet sich ihr gegenüber, indem er ihr zeigt, hier, das ist der Film und, ähm, das ist eben sozusagen mein, äh, meine Art und Weise, wie ich als Regisseur romantisch bin dir gegenüber, ähm, also jetzt nicht den gekaufte, der gekaufte Blumenstrauß oder, äh, das große Gala-Dinner, was wahrscheinlich mit sie halt auch geben wird, aber, ähm, der, sein, über seinen Job, über seine Arbeit zeigt er ihr, was sie ihm bedeutet, ähm, wie gelungen oder nicht, das, äh, kann man natürlich nochmal auf ein anderes Blatt schreiben, ähm, wie er der korrekte Ausdruck ist, äh, und, ähm, daraufhin sagt sie ja dann eben, ich liebe dich und irgendwie funktioniert das für mich schon, ja. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen im Hinterkopf dieses, ähm, ja, der Produzent hat sich gemeldet und wir müssen da und da müssen wir endlich mal mit Drehen anfangen und, äh, wir haben jetzt ein bisschen Termindruck, dass ich auch hier so ein bisschen das Gefühl habe, so, wir müssen jetzt auch mal zu diesem Ende kommen und, äh, das machen wir natürlich bei diesem Dreh des Films und dann ist das eben, dann passt, das passt eben, äh, in der Logik des Films auf jeden Fall so zusammen für mich. Ob es in der Realität eben so ganz klappt, weiß ich nicht, weil ich eben auch diesen Punkt habe, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, sie sagt, ich liebe dich und ich glaube, du hast ja auch schon gesagt, äh, eventuell haben sie sich einmal vorher geküsst oder er hat sie so halb geküsst, ähm, aber mehr ist da eben noch nicht passiert und dafür finde ich, sind das schon sehr gewichtige Worte. Schön, wenn das, äh, auf dieser Art und Weise damals auch schon noch so war oder wenn es bei Leuten so ist, äh, freut mich für die, ähm, ich glaube, ich bräuchte da oder, ähm, hab mir dann schon ein bisschen mehr vom Kuchen genommen, bevor ich gesagt habe, äh, toller Kuchen. Ähm, ja, wenn ich, jetzt komme ich schon wieder an den nächsten Gedanken, wie, äh, das Thema, ob Büffel nicht auch ein bisschen übergriffig ist oder so, wenn er zum Beispiel sie beim Schlafen noch beobachtet und solche Geschichten hat. Oh ja, na, also die Listern, Düsselverfehlungen, äh, ist ja schon richtig lang. Also ich fand's auch interessant, ich hab mir ein paar zeitgenössische Texte durchgelesen und auch hinterher veröffentlichte Texte und es wird zum Beispiel, was bezeichnet ist natürlich für die Zeit damals, aber ich fand's auch interessant, so aus dem Blick im Nachhinein, es wird zum Beispiel nie darauf eingegangen in den Texten, dass er sein Kind schlägt. Äh, und das war sowas, wo ich wirklich für mindestens drei, vier, fünf Minuten erstmal komplett raus war aus dem Film, weil das auch, also ich würde nicht sagen, das sieht man nicht in solchen Filmen, ich glaube, man sieht das durchaus in Filmen aus der Zeit und insbesondere den Jahrzehnten früher, auch in leichten Filmen, das so mit Kindern zum Beispiel umgegangen wird. Ähm, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, wird das irgendwann nochmal im Film reflektiert oder so? Oder ist das jetzt einfach nur ein Zeichen dafür, dass er überfordert ist mit, mit seiner Aufgabe als alleinerziehender Vater oder so? Also es ist, es scheint ja einfach nur ein Zeichen erstmal dafür zu sein, wie, wie harsch er deswegen mit seinem Jungen auf, äh, umgeht und dann ist er so unfähig oder, oder zumindest überfordert, dass er ihn dann auch noch aufs Internat schickt, sonst, ähm, wird es irgendwann nochmal, irgendwann nochmal eine schlimmere Auseinandersetzung geben. Das war meine, meine Deutung. Ein Glück, dass die Frau dazwischen kommt, um die Familie vor, äh, der Zerrüttung zu, zu retten. Ähm, aber die Szene, wo er sie beim Schlafen beobachtet, das war, glaube ich, das ist so etwas, was ich wahrscheinlich eher akzeptieren kann, weil das kenne ich auch aus anderen Filmen aus dem Genre einfach, dass das, äh, da vorkommt. Aber selbst da, würde ich sagen, habe ich schon das ein oder andere Beispiel gesehen, wo, wo das reflektiert wird, dass das ein seltsames Verhalten gibt. Also ein Film, an dem ich mich hier öfter erinnert fühlte, war, ähm, von Mitchell Lyson, ähm, Hold Back to Dawn, äh, der da das Drehbuch, ähm, Billy Wilder mit verfasst. Und der hat auch so eine Rahmung, ähm, mit einem Filmset. Das war der eine Grund, warum ich daran denken muss. Und dann gibt's eine Szene, wo eine Figur eine andere beim Schlafen beobachtet. Und dort wird das wirklich so dargestellt mit, er setzt sich jetzt da hin, weil er will sie später um seinen Finger wickeln. Und deswegen ist, da wird das hier so, in Anführungszeichen, romantisch aufgezogen, dass er es wie beim Schlafen beobachtet. Und gleichzeitig weißt du, wie berechnend und irgendwie auch eklig das ist, dass er das macht, sozusagen. Also da wird das dann direkt so, ähm, kontextualisiert. Und gleichzeitig weißt du, aha, das ist auch so ein Seitenhieb gegen andere romantische Liebestramen oder so, wo das dann überhöht wird. Und hier ist das eher so einfach, sie findet das komisch und unangenehm. Und er macht das einfach und kennt ihre Grenzen nicht und beachtet sie nicht und respektiert sie auch nicht. Und dann wird nie wieder darüber gesprochen. Also ich komme mal auf die Ohrfeige zurück erst mal. Ich denke auch, es ist so ein Zeichen, oder ich lese es eben auch, er ist völlig überfordert, er weiß sich nicht anders zu helfen als mit Gewalt. Andererseits glaube ich auch, dass das damals noch, ähm, oder ich, äh, hoffe irgendwie, dass das damals vielleicht üblicher war und, äh, äh, weniger als, als problematisch angesehen worden ist, äh, Kinder zu schlagen, die, auch wenn es die eigenen sind. Ähm, ähm, genau, dann wäre eben die Frage, wie wird das eventuell noch reflektiert von irgendeiner Figur im Film oder macht der Film noch irgendwelche anderweitigen, äh, Erzählungen dazu auf oder zeigt, was besser anders sein könnte. Ich bin da immer so hin und her gerissen im Sinne von, äh, ich halte es für eine glaubwürdige Szene, also, ähm, dass dieser Mensch das eben machen würde oder macht in so einer Situation, ähm, was nicht gleichzeitig heißt, dass ich das gut heiße, diese Aktion, ähm, und weiß nicht, ob ich mir da jetzt noch sehr viel mehr Stellungnahme von dem Film erwarte in diesem Moment oder ob nicht gerade das ja auch dieses Problem sein könnte, dass man eigentlich in Anführungszeichen leichten Film guckt und dann kommen eben so eine kleinen Momente da rein, die, äh, mal, wo dann die Augenbrauen mal sehr hochgezogen werden und man sich denkt, was ist jetzt gerade passiert? Oder eben muss das sein? Äh, und ob man dann eher geneigt ist, darüber hinwegzusehen, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, äh, dich hat das ein paar Minuten erstmal rausgerissen, ähm, ähm, ja, weiß ich auch nicht so hundertprozentig so. Und das mit dem Schlafen, äh, also, ne, Grenzüberschreitungen und so, klare Sache. Aber ich finde, er bringt es dann auch so rüber, wie, ich habe jetzt gesagt, du stehst hier endlich mal auf, so ungefähr, ähm, ich, ich konnte da irgendwie ein bisschen schmunzeln, wie er das dann sagt, als sie dann wach ist, aber halt auch sogar so, wow, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Variante, die man wählen sollte. Ähm, ja. Ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen eben sein Verhalten, ne, grundsätzlich, wie er mit ihr umgeht, also er, dass er ihnen auch da hoch zu dieser Hütte folgt und am Ende mit ihnen in ein Bett liegt, das ist schon so einfach eine Kontinuität, die sich durch den Film zieht. Ich würde jetzt dem Film nicht vorwerfen, dass er da, dass, dass das so gezeigt wird, sondern ich würde es eher so betrachten, als sicherlich auch Zeitdokument, aber es ist gleichzeitig auch wieder faszinierend, finde ich, dass, wie weit der Büffel gehen darf in dem Film, bis er, bis er, ne, selber eine Grenze zum Abstoßen überschreitet oder so, also das wirkt auch manchmal wie so ein Experiment irgendwie, was kann er jetzt eigentlich alles machen, bis er nicht mehr als Romantic Leading Man irgendwie tauglich ist und man merkt schon und das, da kommt dann wieder die Virtuosität der Beteiligten wahrscheinlich auch zum Vorschein, dass er sehr, sehr viel machen kann. Ähm, und das, da habe ich mich dann auch selber manchmal ertappt, äh, wie ich dachte, Mann, ist das ein abstoßender Typ? Ich hoffe, die kommen zusammen. Ja, ich meine, bei dieser Hütten-Szene ist das ja auch so eine Mischung aus, ich kann völlig verstehen, dass er hochgeht zu dieser Hütte, weil er in Anführungszeichen Angst hat, dass Bernhard vielleicht doch was mit ihr anfängt und er sich, er in seinem Inneren schon weiß, er möchte mit ihr zusammen sein. Die Frage wäre dann, ist sein Vorgehen dann trotzdem so quasi, äh, das, wo man sagen kann, ja, kann ich schon irgendwie verstehen oder, äh, lasse ich ihm durchgehen, wenn es jetzt nicht so ein tolles Verhalten ist, ähm, aber das in der Hütte ist, da finde ich auch im Vergleich ja durchaus harmlos, ähm, wenn er sich sozusagen dieses, ach ja, hier wollten gerade zwei Menschen irgendwie sich näher kommen, aber die Szene wird ja auch schon so aufgebaut, dass der Berner irgendwie immer noch sehr distanziert bleibt, äh, aus nicht ganz konkret genannten Gründen, ähm, dass also diese Gefahr, die sich, äh, Büffel dort zu einem gewissen Grad wahrscheinlich eher einbildet, ähm, wenn er jetzt nicht kommen würde, wäre wahrscheinlich, oder so zumindest mein, mein Verständnis dieser Szene bis dahin, da wäre nichts passiert, also der Berner hätte sich, äh, eine Freude gemacht, was zu essen, was zu trinken und eine Nacht auf der Hütte zu verbringen, aber nicht eine Nacht mit ihr da ganz konkret zu verbringen und irgendwie, dass die da sich näher kommen und auch Sex haben oder sonst was, ähm, ja, und da sind dieses eben, äh, Kind schlagen und, äh, andere Menschen einfach mal so beim Schlafen beobachten irgendwie andere Nummern aus meiner Sicht, was das jetzt konkret angeht, ja, aber sonst finde ich ihn eigentlich auch so, wahrscheinlich gerade durch so seine, seine, ähm, ja, Augenzwinkern ist, weiß nicht, ob Augenzwinkern der beste Begriff dafür ist, aber so dieses ironisch, sarkastisch, manchmal ein bisschen zynische, diese Sprüche, die machen ihn mir schon immer sehr sympathisch, so Figuren, ich hab mal so, ja, 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 Leben ist scheiße, aber ich führe euch jetzt trotzdem mal alle vor, ich bin sowieso besser als ihr und, äh, das ist vielleicht auch, äh, wieder so eine Frage, ob man, äh, ja, wie man vielleicht selber so zur Welt steht. Ja, ich meine, der, der ihm quasi gegenüber steht, der Konkurrent um die Liebe, der selber nicht sehr aktiv ist, wenn es darum geht, da die Liebe zu gewinnen, der ist ja wie so ein schwarzes Loch, ne, an Freude, äh, 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 also er zieht ja alles Leben irgendwie in sich herein und man hat nichts davon, hab ich das Gefühl, der Berner, der Arme, der hat noch nichts getan, der Heilige, aber es ist dann immer unterhaltsam mit dem Anderen, ich glaube, deswegen fliegen ihnen dann auch, äh, meine Sympathien zu. Ja, vielleicht ist es auch das, ne, dass, dass er einerseits so ein bisschen arrogant ist oder, oder sich so über den Leuten wehnt, äh, der, der Frank, der Büffel, aber gleichzeitig wir ihn auch so ein bisschen dabei sehen, wie er doch kämpfen muss, um an diese Frau zu kommen, ähm, und, und das dann vielleicht auch wieder dieses ist so, ja, du, du mach mal was, kümmere dich mal und dann hast du sie dir in gewissen, also jetzt überspitzt gesagt auch irgendwo verdient sozusagen, dass man auch sagen kann, er hat, obwohl er eigentlich so ein, eben der, ne, der amusische Klotz, äh, den keiner mag und dann, aber wenn man ihn näher kennenlernt, ist er doch eigentlich ein vernünftiger Mann und so ungefähr, äh, trotz dieser gerade genannten Negativbeispiele. Ja, ich würde sagen, damit, äh, haben wir es eigentlich auch ganz schön ordentlich abgegrast, abgefahren, so, ähm, gibt es noch Aspekte, die dir jetzt noch ganz wichtig erscheinen, die du noch unbedingt mit unterbringen möchtest, die wir noch gar nicht erwähnt haben vielleicht? Noch gar nicht erwähnt, schwer zu sagen, aber ich wollte noch mal vielleicht betonen, ähm, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, dass ich diesen Film schon auch als Gegenentwurf zum Heimatfilm betrachte, äh, auf den ja das 50er-Jahre-Kino aus der BRD gern reduziert wird, das würde ich nicht sagen, ich, ja, es gibt ja auch, ähm, gute Heimatfilme, äh, ich hatte da auch so eine Phase, äh, vor, vor vielen Jahren, wo ich mir ein paar angeschaut hab und dachte, ja, ja, kann man eigentlich gucken, ähm, aber ich finde einfach hier so diese, diese Idee sehr schön in dem Film, dass, dass diese, diese Rom-Com quasi oder die Rom-Com-Ideale oder die verträumten Liebesfilme-Ideale werden erstmal nach Deutschland übersetzt und wo müssen die stattfinden? Natürlich irgendwie in den Bergen, ne, in der Natur, da wo der Mensch, äh, zu sich selbst, äh, findet und, äh, da wo er hingehört, sozusagen, wenn es um das Wahre und das Schöne und das Gute geht im, im Nachkriegsdeutschland und dann wird dem aber ein Riegel vorgeschoben, so und gesagt, nein, das ist ja alles schön, man kann da runterfahren, aber es ist doch furchtbar langweilig und glatt und ohne Kanten und ohne sarkastische Kommentare und ohne creepy beobachten, wenn man schläft. Lieber, äh, in der Stadt wohnen, äh, lieber dem Büffel, ähm, nach Hause wieder folgen, folgen an seine Villa im Wannsee, die mich von der Einrichtung her manchmal an ein Kandinsky-Gemälde oder so erinnert hat, also so seltsame, schräge Möbel, sehr, sehr, sehr seltsame, bunte Formen, die sich da im Hintergrund auftun, also das war quasi erstmal eine Absage erteilt, dem Heimatfilm, das, das war was, was ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte, dass es in irgendeiner Form in diesem Film eine Rolle spielt und das war mir dann einer der spannendsten Aspekte des Films, der ja, wie erwähnt, viele Meta-Elemente enthält und auf sich aufmerksam macht, aber eigentlich so als Satire ja, wie gesagt, nicht wirklich Biss hat, aber da ist er für mich schon sehr klar, wenn es darum geht, ähm, dass, dass dieses Träumen in, in die, die Höhen, äh, der Berge oder in die Heide oder wo auch immer sich da, die, die, an den, an den See, ähm, in den Schwarzwald und was weiß ich, wo sie sich alle hingeträumt haben im, im Heimatfilm, dass das doch irgendwie auch ein bisschen langweilig ist und das ist doch ein schönes Fazit. Ja, mit deinem, also dieser Begriff Gegenentwurf hat mich jetzt wieder so ein bisschen grübeln lassen, aber es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Wortklauberei oder ist es mehr ein Kommentar, eine Variation eben des Bekannten, ähm, oder schließt das überhaupt aus, wenn man sagt, das ist ein Kommentar und ein Gegenentwurf, kann es nicht auch beides sein, ähm, ich bin ja so ein Anhänger, ich sage immer wieder gerne, ja, wir haben Wiederholung und Variation, also, ne, irgendwas etabliert und dann wird es natürlich eben wiederholt, aber, äh, weil wir es schon kennen, wird jetzt die Variante eingebaut, um eben irgendwas weiter zu entwickeln, gerade in einem Film, aber hier wäre es ja sozusagen, äh, es wird wiederholt, die romantische Komödie, die vielleicht, oder die Romanze vielleicht erst mal, die natürlich auch im Heimatfilm eine Rolle spielt, ohne dass ich jetzt, äh, so viele gesehen hätte aus der Gattung und dass das hier eben die Variation ist, äh, statt eben der Natur, der, der Wälder, der Wiesen, nehmen wir jetzt eben die Hochhausschluchten und, äh, Studiobauten, ähm, die jetzt eben stattdessen da, äh, als, als Korrektiv fungieren, nee, nicht Korrektiv fungieren, ist Quatsch, aber die da jetzt eben, äh, den Platz dessen einnehmen und dann auf andere Weise vielleicht das Publikum ansprechen, ansprechen sollen, aber, ähm, ja, frage ich mich auch gerade, ob das vielleicht noch ein unterhaltsamerer Film wird, wenn man gerade vorher, äh, oder über die Jahre hinweg so viele Heimatfilme gesehen hat, gerade auch im Kino und dann kommt dieser Film und, ähm, nimmt einen dann so ein bisschen vielleicht mit aufs Glatteis, ähm, was so die Erwartungshaltung angeht, äh, ja. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich so beim Gucken manchmal dachte, ach, naja, so die Geschichte selbst ist jetzt eigentlich nicht so, äh, prickelnd oder, ähm, so ungefähr hatte ich es mir auch fast gedacht, aber, ähm, es steckt doch eben irgendwie mehr als genug drin, über das man sich eben Gedanken machen kann, ähm, ob begründet oder unbegründet mal noch an zweiter Stelle, äh, und dass aber auch eben sehr viele Feinheiten und Details das ausmachen, wo ich eben, wie gesagt, mich ein bisschen aus dem Fenster legen und sage, das ist eben Keutner, der aus so einer, in Anführungszeichen, einfachen Geschichte da eben noch mehr rausholt oder noch mehr reinbringt, ähm, wodurch das dann doch kurzweiliger ist, ähm, als ich es vielleicht manchmal befürchtet hatte und sei es eben ein super futuristisches Auto, von dem ich nicht loskomme, ja. Ja, also Zürcher Verlobung, äh, Streaming habe ich wie immer keine Ahnung, ne, jetzt, äh, nicht, dass ich die überspringe, Jenny, möchtest du, du hast dein Fazit damit gesprochen, ne, du, äh, ja, äh, Zürcher Verlobung, wenn ihr den, äh, nach diesem Gespräch jetzt erst gucken wollt und das nicht schon vorher gemacht habt, äh, ist er auf Blu-ray und DVD erschienen bei Filmjuwelen, sollte auch noch relativ günstig erhältlich sein, sind immer ganz ordentliche Edition, ähm, ansonsten, äh, sind wir mit dem Film durch, einen Ausblick auf eine weitere Folge gebe ich definitiv nicht, angesichts der kurzen Pause, die wir seit der letzten Folge eingelegt haben, ähm, ähm, eine weitere Filmgesprächs habe ich auf jeden Fall angedacht, ähm, das ist in der Planung, aber wie gesagt, wann das kommt, mache ich keinerlei Aussage, ähm, die Folge hier kommt voraussichtlich Ende Januar 23 raus, ähm, deswegen auf jeden Fall der Hinweis, in persönlicher Sache, wenn ihr mal wieder in Rostock ins Kino wollt, da gibt es demnächst Collateral zu sehen im Februar, anlässlich des 80. Geburtstags von Michael Mann, äh, Termin ist einmal der 8. Februar, das ist ein Mittwoch, 20 Uhr, in der englischen Originalversion dann zu sehen, mit Einführung von mir, ähm, am darauf folgenden Freitag, Samstag noch einmal Deutsch und OMU und dann, ähm, ich muss mal kurz im Kalender blättern, 8, 11, äh, 10. 11. Februar, dann nochmal abends und am Mittwoch, den 15. kommt er auch nochmal um 20 Uhr in der deutschen Fassung, im Kino, im Lichtspieltheater Wundervoll, in der Frieda 23, in der LIVU-Schatzkiste, mein kleines Klassikerformat, was ich da so betreue. Ähm, ebenfalls dürfte in vielen Kinos in Deutschland am 14. Februar zum Valentinstag, äh, Titanic nochmal über die Leinwände flimmern in 2D und 3D und da gibt es noch so, nicht taufrisch, aber noch relativ aktuell ja auch eine Wollmilch-Cast-Folge dazu, die kann man sich dann vorher hinterher und, na gut, zwischendrin vielleicht noch nicht. Zwischendurch? Ich will es auch, ähm, in meiner Schatzkiste zeigen, da wäre es dann der Frauentag, der 8. März, der bei uns im Bundesland in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich ja auch ein Feiertag ist, ich glaube dieses Jahr das erste Mal. Ähm, das so als kleine Hinweise für alte Filme auf, oder ältere Filme auf großer Leinwand, dann ist ja im Februar, ich meine gut, ist ja sowieso immer überall Programm, die Berlinale ist im Februar, da kommt unter anderem Rat mal, wer zum Essen kommt, hatte ich jetzt gesehen und, ich weiß nicht was, denn sie wissen nicht, was sie tun, also irgendeiner von den James-Teen-Filmen, ich glaube, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und noch viele andere alte Filme laufen dann, der Classics und Spielberg-Retrospektive, den hast du ja hier anfangs, hattest du den anfangs erwähnt oder im Vorgespräch? Nee, es war am Anfang, wegen der Namensaussprache. Genau, Spielberg-Filme kann man da, also ich hatte, ich weiß nicht, ob alle, aber beim Überfliegen war schon so eine Menge, unter anderem Duell, E.T. und ich nehme an, da wird natürlich noch ein paar mehr Filme, wenn da noch dazu kommen. Genau, dieses einmal, ja, Jenny findet ihr oder gehört ihr, wie gesagt, wenn sie nicht gerade beim Spätfilm zu Gast ist oder bei der filmischen Begegnung über Meryl Monroe und Billy Wilder unter anderem redet, ist sie im Wollmilch-Cast zu Hause oder eben auch beim Stream-Gestöber. Ansonsten gibt es auch diverse Verlinkungen in der Folgenbeschreibung, da kann man einfach draufklicken und landet dann bei Twitter etc. Das werden wir gleich noch off the record klären, was ich da noch alles von dir brauche. Schuhgröße, Haarlänger, diese üblichen Fragen, die da gestellt werden, Kreditkartendaten und so. Ja, das war es soweit. Vielen Dank, dass du da warst und über die Zürcher Verlobung gesprochen hast mit mir. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich, wie ihr anfangs erwähnt, gefreut, dass ich nochmal einen Grund hatte, den nochmal zu schauen. Ja, in diesem Sinne, liebe Ohren, einen guten Abend, guten Nacht, guten Morgen, guten Tag, viel Spaß, hoffentlich bei dem, was ihr jetzt getan habt und noch immer tun werdet. Ja, das war es mit dieser Folge. Auf Wiederhören.